Willkommen zu Decks Diner, wir sind eure Gastgeber, mein Name ist Janis, das hier ist mein Co-Horst, Noah. Hallo. Heute servieren wir Shiny's Choice, eine Sandwich-Teigtasche inspiriert von unseren Jungs in Weiß. Die Teigtasche ist entweder mit vakuumisierter Salami oder mit frisch impotierten Erdbeeren aus den wilden Wäldern von Kashi gefüllt. Zudem gibt es je nach Option einen extra Wip an der Seite. Und diese Woche bei den Erfrischungen haben wir The Outer Rim, bestehend aus 4cl Baisen und Rum, 1cl Limettensaft, 15cl Cola und wenn man möchte, je nach Geschmack, Eiswürfel und eine leckere Limettenscheibe. Dieses herzhafte Getränk kommt von den weit entfernten Planeten Batu, um genau zu sein vom Schwarzton aus dem Posten. Perfekt für Flüchtlinge, die die Abgelegenheit Batus würdigen zu wissen. Und das Essen wird in Kürze serviert, in der Zwischenzeit genießt das Entertainment-Programm mit den Rekruten. Ja, dieser gibt es ja keine Rückblende, weil es ist eine einzelne Folge, das macht keinen Sinn. Aber ja, dann liest du mal die Moral der Geschichte vor. Die Moral unserer heutigen Folge ist, the best Confidence Builder is Experience oder auf Deutsch, Erfahrung stärkt das Selbstvertrauen. Interessantes Zitat. Ich bin mal gespannt, ob wir uns selbst damit auseinandersetzen können später, wenn wir zu einer Stelle gekommen sind. Bleib bis zum Ende der Folge, um es zu erfahren. Richtig Influencer-Lifestyle. Aber ja, wir beginnen die Folge mit einem Vogelperspektiven-Shot auf den Außenposten von der Republik. Und draußen steht halt ein Klon mit einem kleinen Fernglas. Und der guckt sich halt um, um zu gucken, ob irgendwas runterfällt, ob irgendwas falsch ist. Der guckt sich halt um, um zu gucken, ja? Der guckt sich halt um, um zu gucken, genau, ja. Und ich hab mal direkt die Recherche reingeballert. Und zwar dieses Fernglas, das ist ein Makro-Binoclea, Binoclea, irgendwie so. Und davon gibt es mehrere verschiedene Versionen. Was wir hier gerade sehen, ist die Version, die an den Helmen von den Klonen geklebt ist. Das ist quasi so ein Visier, was man runterklappen kann. Und davon gibt es wirklich mehrere. Das wird oft in den Pharma benutzt, das wird im Militär benutzt, das wird an sich von jeder einzelnen Fraktion benutzt, die es so gibt. Und wir haben das zum Beispiel gesehen bei Luke Skywalker in New Hope. Da hat er mal mit reingeguckt und man sieht die auf Tatooine und die Gegend um zu gucken, weißt du? Also das ist auch eine Version von diesem Fernglas. Das ist auch eine Version. Das ist quasi eine, ich schätze, eine Erweiterung, weil das halt später spielt in einem Zeitstrang. Aber wer weiß, vielleicht waren die auch schon so perfekt. Weil die Dinger haben auch ziemlich viel drin. Die haben eine Software für relative Höhen, die haben eine Software für Elevation. Also halt wie, dass es quasi anpassen und die können im Dunkeln sehen. Also es ist schon wirklich viel drin. Ist schon impressive. Ganz knorke, sagst du. Richtig knorke, sag ich dir, Alter. Ja, hätte ich auch gerne so einen Teil. Aber ganz ehrlich, was wäre denn lieber? So ein normales Fernglas zu haben, was irgendwie so ein Brett ist in der Hand? Oder halt wie so ein Klon wirklich so eine, was man runterklappen kann im Helm dran? Na, kommt drauf an, ne? Meinst du jetzt, wenn ich im Star Wars und mehr so ein wäre? Naja. Da würde es mir wirklich so danach gehen. Es gibt ja noch eine andere Version. Nicht diese, diese, dieser Balken, den du an den Helmen hast, den du unterklappst. Es gibt ja auch für die, glaube ich, Arc Trooper oder so. Oder für die Mandalorianer auch. Auch für die Mandalorianer, genau. So eine kleine, so eine Art Stift, den du unterklappst. Genau, aber ich glaube, das ist actually eine schlechtere Version von dem Ganzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieselbe Technologie in sowas schon sehr viel Kleineres reingesteckt werden kann. Ich glaube, da fehlen so einige Elemente. Ich meine, wir haben ja gesehen, in, ich glaube, Book of Warfare sieht man auf jeden Fall. Die haben auch die Fähigkeit, in Dunkeln zu sehen, so ein bisschen zumindest. So, die haben, glaube ich, mit Wärme oder sowas gesehen, wie bin ich hier gerade. Aber ich meine, das sind trotzdem ein etwas schlechteres Modell. Würde ich mir jetzt zumindest mal vorstellen können. Ja, ich würde das Wort schlechter nicht sagen, so ein mehr, ähm, kompakter. Ja, kompakter, mit weniger Fähigkeiten, würde ich jetzt sagen, quasi weniger Potenzial. Dass man halt quasi einfach ein bisschen weniger damit machen kann, würde ich mal davon ausgehen. Weil, ganz ehrlich, warum sollte man sonst so ein kleines Teil nehmen? Also, ich denke, also, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, was ich gerne lieber würde, Leben, Digga, was ich lieber gerne, gerne lieber nehmen würde, wäre, äh, also, Kommt halt wie drauf an, was für eine Rolle ich da spiele, ne? Wenn ich dann Soldat oder so, das habe ich sowieso einen Helm auf, dann wäre das cool und, äh, einfach, weil ich da so einen Helm direkt anhabe, oder wäre ich dann, hätte ich keine Rüstung oder sowas, dann denke ich, ist da so was Loses besser. Ich meine, wo würde ich das sonst hinpacken? Also, ich meine, mal realistisch gesehen, wärst du ja eigentlich nur ein normaler Bewohner im Star Wars Universum. Aber nehmen wir es mal auf die spannendere Art und Weise und sagen mal, du bist jetzt, ähm, Jedi, glaube ich, ist umwahrscheinlich, dass du werden könntest. Das ist genau unwahrscheinlich, ich schätze mal, ja, jetzt ist nichts gegen dich oder so. Ja, was ist das Respekt jetzt hier? Es ist nichts gegen dich, es ist einfach nur sehr unwahrscheinlich im Star Wars Universum. Also, es ist höchstwahrscheinlich, wenn du ein spannendes Leben hast, dann entweder als Schmuggler oder Kopfkettjäger oder irgendwas in der Richtung. Ja, auch als Schmuggler oder Kopfkettjäger könntest du irgendwelche Rüstung haben. Aber ich denke, ich denke wahrscheinlich Lose werde ich dann haben. Am liebsten haben, wenn ich einen Helm hätte oder sowas, dann, dass ich da sofort klappen kann. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja, ich glaube auch, also ich glaube dann auch, wenn, dann auch eher so Antennen-mäßig nichts, halt dieses große Visier-Ding. Genau. Genau, ja. Schön kompakt. Wobei, bei mir würde es nicht wirklich passen, weil ich würde, glaube ich, eher einen auf Kat Payne machen und so einen riesen Hut haben. Wenn ich im Star Wars Universum Kopfkettjäger bin. Du meinst, du gehst so Richtung Spaghetti-Western, ja? Ja, ja, genau. Ich würde Spaghetti-Western, genau. Aber ja, der Deck-Officier reportet dann zurück zur Basis und sagt, nothing going on as usual. Heißt, wir müssen direkt, diese Basis ist sehr ruhig, nichts passiert da groß. Und ja, es ist halt wirklich einfach nur kleine Außenposten, mitten in der irgendwo. Gut, wir schneiden in die Basis rein, wo da mehrere Klone am Monitoren sitzen und dann auch zu Holoradio hören. Und erstmal hier der Titel davon. You are listening to the Grand Army of Republic Podcast. Und ich würde sagen, das war schon ein geiler Titel für uns, ne? Scheiß mal auf Deck Seiner, wir sind jetzt der Grand Army of the Republic Broadcast. Broadcast? Das geht perfekt über die Zunge, passt perfekt zu uns. Wir sind jetzt einfach Grand Army of the Republic Podcast, nicht Broadcast sind wir jetzt. Aber ja, die hören sich das Klone-Radio an, was ich hier tatsächlich auch im Hintergrund kurz laufen lassen möchte hier. Aber ich bin auf meine Recherche dabei auf etwas gestoßen. Und zwar dieses Lied, was da läuft in Broadcast, das wurde in einem Spiel damals benutzt. Und zwar, das kennst du vielleicht sogar, ich kannte es nicht. Star Wars Clone Wars Adventure. Das ist an sich so eine Kombination aus den Knights of the Old Republic Games und Club Penguin. What? Ja, es klingt nach einer Merklin-Kombi. Aber es ist quasi genau das. Es ist halt quasi, man spielt in Knights of the Old Republic Style oder in Kotor Style. Ein Charakter, den man auch anpassen kann aus dem Momentan. Und kann dann Minigames machen, wie zum Beispiel Lichtschwertfights oder Republic Defender, was einfach nur Tower Defense ist. Sowas halt. Ist ganz cool. Gibt es jetzt leider nicht mehr, als Support ist beendet. Aber in diesem Spiel gab es so eine Tanzfähigkeit. Und dann lief dieses Lied, wenn man diese Fähigkeit benutzt hat. Und wenn man die nutzt hat, dann tanzen alle NPCs um einen herum. Da kann man richtige Tanzpartys mitmachen. Das ist doch voll cool. Ich glaube, ich kenne das Spiel, was du mal erwähnt hast. Ja, es ist sehr alt. Es war halt früher so ab und zu. Es war selbst schon früher sehr unbekannt. Aber das war halt so eine Mischung aus Knights of the Old Republic and Club Penguin. Es war ganz cool. Es gibt, glaube ich, ab und zu Emulatoren, aber die sind nicht so gut. Weil der Support ist auf jeden Fall beendet. Schade eigentlich. Von dem, was ich gehört habe, ist, ähm, zwar Support eingestellt, die ist fast noch down. Aber es gibt da so kleine Spielergruppen noch, die das so selber ausüben. Ja, immer der Torn. Ja, die bauen da so immer der Torn auf. Aber ja, wir sind dann, während wir so ein wunderbaren Holoradio hören, mit diesen, äh, richtig geilen Tunes. Also Heavy hatte ich gerade ein Armdrück-Duell gegen Fives. Gegen Fünf. Und, äh, verliert. Also Fives verliert. Währenddessen arbeitet der Rest der Klone. Ich weiß gar nicht, wie viele es da insgesamt sind. Sieben oder so war das? Naja, es ist halt generell, es ist halt Outpost. Ich glaube, wir haben so immer im Haupt-Klone-Thorium haben wir, glaube ich, sieben bis zehn meistens gesehen. Mit den Sargent dann. Aber das wird sehr schnell dezimiert. Aber ja, wir sehen auch hier zum ersten Mal sowohl Fives als auch Echo. Das sind sehr wichtige Klone für später. Merkt euch die Namen, die werden noch, äh, wichtig. CT 5555. Files. Und CT 1409. Echo, genau. Ähm, um kurz die Namen zu erklären. Fives ist offensichtlich, es ist CT 5555. Deswegen Fives. Und Echo, wurde Echo genommen, weil er jeden Befehl einfach nochmal wiederholt. Deswegen ist er halt quasi wirklich, wenn das war, sagt... Also Echo, ne, also... Naja, Echo. Weil wenn man ein Befehl sagt, dann wiederholt er es wieder. Und seinen Kameraden hat das anscheinend nicht so gefallen. Ja, deswegen haben die ihn, äh, sehr teasing einfach Echo genannt. Das hat anscheinend gestickt. Deswegen heißt es jetzt aber Echo. Bist du sein Tod. Ja, lieb. Aber ja, Echo ist auch generell so ein kleiner, so ein... So ein kleiner, äh, nerdy Boy. Der sagt dann auch, äh, zu Heavy, dass er lieber auf seinen Scope achten soll und lieber auf seine Pflicht achten soll. Und dann guckt Heavy drauf und sagt Sessi, Oh, what do you know? All clear! As always! Denken wir so, okay. Also Heavy ist wirklich... Man merkt wirklich diese Folge, die Klone haben wirklich Personalitäten, die unterschiedlich sind. Also in den vorherigen Folgen, ja, die hatten Persönlichkeit, aber die waren halt immer so ziemlich Copy-Paste. Es waren halt wirklich Klone. Und hier ist halt wirklich, äh, Heavy ist halt so, äh, dieses Brute-Stereotype, weißt du, von wegen, ähm, nicht viel in der Birne, dafür so stark und immer drauf und will auf jeden Fall in den Kampf gehen und so weiter. Echo ist mehr nerdy und der halt so ein richtiger Know-it-all, so ein Teacher's-Pad quasi. Und der Protokoll immer halt bis auf die letzten, äh, letzte Line folgt. Und Five ist halt so einer, der ist eher entspannt, der folgt den Regeln, ist eine sehr kassische Bitch, aber Pflichtdurst. So ist das halt. Die haben jetzt endlich wirklich Persönlichkeit. Ah, nicht nur die beiden. Also gut wie alle Klone, außer diese, diese vielen Klonen, die halt in Schlacht und so was drauf gehen. Aber ganz viele Klonen, die haben halt alle... 99 Prozent. Die haben alle... Also Namen-Klone, haben alle eigene Persönlichkeiten. Außer die, die wir auch sterben sehen hier, heute in der Folge. Die haben auch Namen, doch ich hatte den Namen vergessen, so schnell sind die gestorben. Sergeant heißt aber nur Sergeant, ja. Naja, Sergeant ist nur Sergeant. Apropos Sergeant, Sergeant kommt rein und sagt, and the most importance of them all. Also Heavy meinte halt, du weißt es bisher noch nicht, aber du bist ja auf den langweiligsten Außenposten gelandet und Sergeant kommt rein und sagt, aber einer der wichtigsten. Und es verändert sich halt sofort die gesamte Atmosphäre. Achtung, Sergeant on Deck! Attention, Sergeant on Deck, genau, ja. Mischung aus Deutsch und Englisch. Achtung, Sergeant on Deck! Und ja, die Atmosphäre wechselt sofort von den entspannten, etwas chilligen Radios zu extrem militärisch diszipliniert. Und das hat einen Grund. Ich möchte mal hier ein bisschen, also ja, der Grund ist offensichtlich, Sergeant ist an Bord deswegen. Aber ich habe mal ein bisschen reinrecherchiert, was, also woher kommt diese, 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 diese Ausdrucksformen von wegen Blablabla on Deck, wenn man das sagt. Wenn jemand hochkommt, der höher im Rang ist, sagt man ja immer zum Beispiel Officer on Deck oder Sergeant on Deck. Auch im Echtzeit, eben im echten Militär. Das ist, wie man nicht groß überraschen würde, aus der Naval Style, also aus der Zeit, wo halt wirklich viel auf See gereist wurde. Insbesondere von der British Royal Navy. Und zwar war das nämlich so, Offiziere, so wie Captain oder generell Höhe, Ränge und so, sind halt meistens auf den oberen Decken von Schiffen. Also Captain hat eine Kapitänskajüte oben auf dem Schiff, dasselbe mit den anderen High-Ranking-Offizieren. Und deswegen war es besonders, wenn Offiziere quasi auf die unteren Decks kommen. Deswegen mussten dann alle, die dort waren, von den normalen Matrosen, mussten sofort sagen, yo, Sergeant oder Officer on Deck, weil der ist halt quasi an Deck gekommen. Und die mussten sich sofort respektierend dahin stellen, aus den Weg gehen von Offizieren. Und das ist halt quasi einfach nur ein Zeichen von Respekt und Autoritätsanerkennung. Das wurde dann später vom Militär adaptiert. Und dann hat Dave Filoni eine Referency von gemacht und jetzt ist es in Star Wars. Aber ja, es ist quasi einfach nur ein Zeichen des Respekts, ein Zeichen, dass der Offizier da ist. Und es ist halt auch wirklich dafür da, dass der Offizier sich frei auf dem unteren Deck bewegen kann. Dass sie halt quasi sofort alle aus dem Weg gehen. Mit den Worten Rührenmänner erklärt der Sergeant dann weiter, dass wenn die Druiden halt durch diese Basis, also an der Basis vorbeikommen, können die sehr leicht Camino einen Braschungsangriff dort einleiten. Was halt schon, wie soll es, Alter, meine Zunge will nicht mehr mitmachen. Was glaube ich auch schon für sich spricht. Weil Camino ist einer der Hauptwelten der Republik und auch einer der wichtigsten, da ja Camino die Heimatwelt ja Klone ist. Was schon lustig ist, wenn man denkt, dass in Teil 2 Camino nicht mehr existierte für die Leute. Wie in Teil 2? Ja, in Teil 2 wurde ja Camino komplett aus deren Archiven gelöscht, alles und dann, die muss der Camino nicht mehr finden und dann aber erst zur Hauptwelt. Ja, das ging anscheinend ziemlich schnell. Also, Kontuga hat ja Camino aus den Archiven gelöscht. Ja, sehen wir dann in Jedi Tales, wenn wir irgendwann dazukommen. In Jedi Tales oder? Ja, ein Special mit Star Wars Film. Kleiner These. Nee, im Film sieht man das ja nicht. Ja, so ja, dass Kautel erst ausgerechnet war, aber... Im Film, man kann es erraten aus Kontext, ja. Ja, ich meine allgemein da, warum, also, dass Camino halt fehlt und so. Naja. Cut zu Vendatoren. Wir sehen da jetzt eine Flotte von, weiß nicht, drei waren das, glaube ich, oder vier Vendatore-Kreuzer? Ich glaube drei, ja. Ähm, die sind in Beglättung von Petaclass-Schiffen und V19-Jägern. Und jetzt da, wo aber V19-Jägern angekommen sind, möchte ich gerne diese interessante kleine Jäger-Klasse mal deutlich erklären. Die V19-Torrent-Sternjäger, wie die genannt werden, äh, sind einer der häufigsten Jäger der Republik. Die waren mit, äh, von, seit Beginn der Klonkriegen mit dabei, also schon bei ersten Schlafhangen Genosis, haben die mitgekämpft. Jedoch kamen die nie in häufiger Anzahl zum Einsatz, außer in wirklich großen Schlachten, wie zum Beispiel die Schlacht von Wylove, die noch später kommen. Aber sonst so bei kleineren Schlachten, also das ist klein, eigentlich waren alle Schlachten vergleichsweise groß, ne, aber bei normalen Schlachten waren die meistens nicht so stark vertreten. Äh, auf jeden Fall die V19 hatten keinen eigenen Hyperon-Antrieb, die benötigten extra so einen Hyperon-Ring, so einen, den wir schon mal erwähnt haben. Ähm, erst später den Klonkriegen, also gegen Ende, bekamen die anderen eigenen mit so ein paar kleinen Upgrades. Hat sich quasi gar nicht mehr gelohnt. Ja, hat sich eigentlich wirklich gar nicht mehr gelohnt, weil wirklich bald danach kam das Imperium und also auch kurz vom Imperium kam schon eine neue Jäger ähm, Jäger-Version, die vom 19-Jäger abgelöst haben und zwar, die hießen dann auch nur noch mehr, äh, die hießen dann auch nur noch V-Flüger, V-Flüger, V- V-Flügler und die sieht man auch in Star Wars Teil 3, in Bad Batch und in Clone Wars, denke ich, in den letzten paar Folgen. Aber die, die kommen wirklich erst ganz spät. Ja, gehen wir einfach dann drauf ein, wenn die kommen. So, halt ich weiß, dann hast du noch die Vorgänge vom TIE-Jäger, aber das sehen wir noch später. Auf jeden Fall, so wie ich das sehe, waren die teurer als die Y-Wing-Bomber, was ich ein bisschen komisch finde, da ich wirklich die Y-Wings für fast sogar die besten Jäger, die die Republik hatte, halte, auch wenn das nur größtenteils Bomber waren, aber ja, Y-Wings sind wirklich, äh, Y-Wings for the win. Das ist die Nachricht von Y-Wings for the win. Okay, schön. Aber ja, wir schneiden dann zu Obi-Wan und Anakin auf der Brücke der Venator und Anakin ist halt über die, über seine Holo-Karte gelehnt und, äh, er ist wohl sehr fokussiert darauf, Grievous zu finden, fast schon fanatisch, würde ich schon sagen. Und es macht durchaus Sinn, weil in der Timeline, ich hab mal nachgeguckt, und zwar, das Spielt hier, also Recruiten, spielt wirklich direkt nach dem Malevolence-Arc, was sehr praktisch für uns ist, weil sonst wäre es doof. Und ich schätze mal, dass, äh, Anakins persönlicher Hass gegen Grievous einfach nur ist wegen den Männern, die er bei dem Angriff der Malevolence verloren hat. Dass er deswegen Grievous absolut unbedingt tot sehen möchte, vielleicht auch ein bisschen, bisschen, ähm, Reue, dass er es nicht geschafft hat, nee, nicht Rache, nicht Rache, sondern Reue, dass er es nicht geschafft hat, Grievous zu töten. Dass er halt so ein schlechtes Gewissen hat, dass er denkt, wegen mir lebt er noch. Dass er jetzt die Pflicht hat, das zu Ende zu bringen, ne? Genau, ja. Wie meinst du das? Dass er halt so ein Pflichtgefühl hat, dass er ein bisschen Reue hat, dass er es vorher nicht geschafft hat, dass er auch seine, seine Männer halt rächen möchte, dass halt das alles zusammenspielt, um seinen Personal Vendetta gegen Grievous anzutreiben. Und ich finde auch, das zeigt einfach nur die sehr tiefe, äh, Verbindung, die Anakin mit seinen Männern hat und diesen tiefen Respekt, der gegenseitig von Anakins Flotte zu Anakin ist. Ist schon, äh, besonders für den Jedi, weil die meisten würden sich einfach sagen, ach komm, wir sind tot, passt schon. Anyways, wie zum Beispiel, wie wir später noch sehen werden, äh, einen gewissen vierarmigen Bastard. Aber zu denen kommt man dann noch. Zu denen werden wir dann, denen werden wir in der Folge sehr auseinandernehmen. Aber ja, Commander Cody ruft an, man kennt den aus der wunderbaren Line, Commander Cody, the time has come, execute order 66. Worauf Cody mit einem wunderbaren Blossom reagiert und hat und Obi-Wan wegballert. Direkt die ganzen Erfahrungen, also die ganzen tollen Abenteuer komplett vergessen, diese emotionalen Geschehnisse, die eben zusammen durchgestanden haben, direkt alles vergessen, ja, schließt den ab, weg mit dem. Einmal Blossom und dann weggeballert. Den, lieben Kerl. Nicht eine Sekunde gezögert. Cody berichtet, dass die Inspektionen bislang gut gegangen und dass die Cody und Rex auf dem Weg in die Outer Rim Basis sind, was darauf hindeutet, dass sie wirklich so eine Reihe von Inspektionen gerade durchführen an alle abgelegenen Basen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und ich schätze, das macht ja Sinn, dass jetzt die Basis anscheinend die nächste ist. Ja, macht schon Sinn. Weil diese Basis liegt anscheinend in den Outer Rim und ist die wunderbare Frage, Noah, was genau ist der Outer Rim? Was meinen die damit? Ja, keine Ahnung, Digga. Das ist schlecht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe actually auf die Frage gewartet. Die Star Wars Galaxie ist dann so, wie soll ich sagen, kleine Abteilungen eingeteilt. Also eigentlich gar nicht klein, die sind ja riesige Kilometer, also Lichtjahre von Strecken, die überstrecken. Aber der Outer Rim ist sehr weit vom Kern entfernt. Man kann sich vorstellen, wie unsere Milchstraße, dass er wirklich dieser Außerrand, also deswegen auch Outer Rim, äußerer Rand, das ist der äußere Rand von der Galaxie Galaxie. Ich weiß nicht, was manchmal los ist, Digga. Heute läuft mit dem R-Geräusch, Alter. Der Outer Rim ist halt wirklich sehr weit vom Kern entfernt und damit auch von der Mehrheit der Bevölkerung und der ist wirklich dafür bekannt, dass er gefährlich ist, also im Vergleich zum Kern, da sehr viel Gesetzloses da abgeht. Da halt so wirklich recht wenig davon erforscht wurde und recht dünn besiedelt ist im Vergleich zum Kern, zu den Kernwelten, ist sehr beliebt für Leute, die irgendwo hinflüchten oder für Gauner, Schmuggler, Diebe und halt alles, die ganzen Ratten der Unterwelt sind dort. Dort können die sich halt super verstecken und Untertauchen und ihr Leben weiterführen. Einer der berühmtesten Outer Rim-Welten ist Tatooine. Sollten, glaube ich, die meisten kennen aus Teil 4, also wo Loh fliegt. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Und Clone Wars und Bad Bad. Und Drabbles. Und Drabbles. Und Mando. Ja, Tatooine ist, glaube ich, der bekannteste Fan von ganz Drabbles. Das ist dieser Wüste-Planet. Nur pure Wüste. Hast du ganz toll erklärt. Da bin ich stolz auf dich. Ja, das ist der Outer Rim. Ja, sehr schön. Wir schneiden dann zur zurück zur Basis, zum Ausposten, wo die berichten, dass ein Meteor-Schauer bevorsteht. Und die Basis sagt dann, ja komm, raise the shields, mach die Schilder hoch, wird schon passen. Und wir sehen halt draußen dann auch wirklich, wir schneiden direkt nach dieser Line schneiden wir nach draußen von der Basis, also wir sehen quasi eine wunderbare Außenperspektive, in der Vogelansicht, das ist halt quasi von oben runter. Und wo halt mehrere Meteoren wirklich einschlagen gerade und einfach explodieren. Aber natürlich, diese Meteoren sind nicht normale Meteoren, nein, das sind die Hunter aus dem Malevolence Arc. Und da muss ich kurz sagen, im Wikistand, die kommen nur im Malevolence Arc vor, ich wurde angelogen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das sind spezielle gewesen im Malevolence Arc, diese Hunter. Das sind jetzt so, die sehen aber genauso aus wie die. Ja, aber die kamen ja auch öfters um Star Wars, hier Clone Wars vor, dieses, weiß ich, wie man die nennt, irgendwie Droiden, Dropships oder sowas, die, die, da das nicht lebende Wesen sind, können die einfach irgendwie schnell irgendwo gegenballern und die können dann das halt überleben und dann halt so abgesetzt werden, ohne rumtransportiert zu werden. Da wurde auch schon öfters gezeigt, wie so, ich bin der Meinung, das wurde schon öfters gezeigt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die werden auch manchmal einfach gegen Hüllen von Schiffen geschossen und die gehen dann halt innen auf und dann werden da so ein Troidenbatzen rausgefahren, vielleicht kennst du das auch noch. Also bisher wurde es auf jeden Fall nicht gezeigt, aber ich glaube, das sehen wir später noch. Ich weiß nicht, ob das so was anderes ist, ich weiß auch, es gibt so diese Krakenviecher, die auch so Ja, ich meine, das war was anderes, ich habe auch diese Kraken im Kopf, genau, ja. Also die Kraken habe ich in dem Fall schon eher, die sehen wir auch in Kanemino-Ark oder in Angriff auf Kanemino-Ark, aber sonst, ich meine, das waren andere. Naja, wir werden es wieder sehen, auf jeden Fall, ich war sehr überrascht zu sehen, dass es dieselben Hunter sind von Malevolence-Ark oder zumindest so aussehen wie die selben Hunter aus Malevolence-Ark und es springen mehrere neue Droiden raus, die wir noch nicht kennen und zwar ein paar Kommando-Droiden. Das sind ziemliche Fucker. Die springen raus und man kennt die wohl am meisten, das sind halt die Droiden, die können sowohl Nahkampf als auch Fernkampf machen, das sind Attentäter-Droiden. Ja, das sind halt sowas wie Spezialeinheit der Separatisten. Ja, kann man so sagen. Aber ja, die haben sowohl Nahkampf als auch Fernkampf-Kapazitäten, die haben Blaster, die haben ein Schwert auf den Rücken und die Gamer unter euch kennen das vielleicht aus Jedi Survivor. Das sind die Droiden, die nervig die ganze Zeit wegspringen. Wenn man die mit der Macht ranziehen möchte, die springen dich an und stechen dich ab. Das sind diese nervigen Droiden. Aber ja, die kosten pro Droide ca. 17.900 Credits und sind sehr gut, aber auch sehr teuer. Die besagten Kommando-Droiden töten dann den Deck-Sargent, der gerade sieht, dass die Kapsel... Okay. Das war ein Schock. Verstehe. Also die töten den Deck-Sargent, der dann gesehen hat, dass die Kapseln keine Meteoriden waren, sondern wirklich Kapseln waren, wo halt Droiden rausspringen. Wurde quasi plötzlich umzingelt und direkt mit einem Elektro-irgendwas abgestochen und ist jetzt tot. Natürlich merkt man auch in der Basis, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Deck-Sargent anfordert nicht. Warum wohl? Während der einfach da zitternd, abgestochen, voller Elektronik auf dem Boden liegt. Nee, das war gar nicht der Sergeant. Das war der Deck-Sargent. Nein, der wurde erschossen, oder? Nee, es gibt den Sergeant und den Deck-Sargent. Der Sergeant ist innen drin und der Deck-Sargent ist draußen. Ach so. Ja, das sind zwei verschiedene. Der Deck-Sargent ist immer der, der quasi Aufsicht hat draußen gerade und halt beobachten soll und der Sergeant ist halt der, der die Kommando-Basis unter Kontrolle hat. Ach so. Genau. Der innere Sergeant, der normale Sergeant, schickt jetzt zwei Klone raus, um ihn halt zu holen. Unpraktischerweise öffnet sich, öffnet sich gerade dann, als die Klone ankommen, die Tür und die Druiden schießen denen voll ins Gesicht. Unpraktisches Timing. Die Druiden überrumpeln, die Klone, und töten dabei den, den guten Sergeant. Den richtigen Sergeant diesmal? Den richtigen Sergeant diesmal? Und übernehmen dann auch die, äh, die Basis innerhalb von Sekunden. Fire, Heavy, Echo und Cut-Up sind die einzigen Überlebenden und fliehen durch, äh, einen Ventilationsschacht. Ja, um auf ein altes Minus mich zu beziehen. Pssass. Sie wenden. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, der Fakt, dass ich mich nicht an den Cut-Up erinnern kann, sieht nicht gut für ihn aus. Sieht echt nicht gut für ihn aus. Ey, das ist ein Spoiler jetzt hier. Ach was. Die Druiden rufen dann halt irgendwie es an und berichten, dass die Basis eingenommen ist. Und das, ähm, wie haben die gesagt? Das Beruhigungssignal, meinten die, glaube ich? Da gibt's dann so ein spezielles, die nennen das Beruhigungssignal oder also ein Signal zu zeigen, dass alles gut ist. Ich hab's das wunderbare All-Good-Signal genannt. Ja, die senden das halt gerade. Solange das gesendet wird, wissen alle, ja, okay, da ist alles gut auf der Basis. Weitermachen. Ja, du sagst das ein bisschen falsch. Das klingt bei dir so, als würden die das quasi jetzt anfangen zu senden. Nee, das sendet die ganze Zeit. Und das ist halt quasi eine Taktik, damit, wenn die Station angegriffen wird und die Station vernichtet wird, dann hört das Signal quasi auf zu senden und die Republik weiß sofort, okay, irgendwas stimmt nicht. Deswegen, also das schickt quasi immer zu jedem Zeitpunkt und sobald aufhört zu schicken, merken die, okay, irgendwas stimmt nicht. Das ist die Strategie hinter den Ganzen. Und da stellt sich heraus, im Gespräch mit Grievous, dass das ein größerer Plan ist, als einfach nur eine Kontrolle von einer Basis. Und zwar, dass der Grand-Plan, also der Hauptplan von Grievous ist, Camino anzugreifen und zu zerstören. Dass Grievous sehr weit vorausdenkt, um halt, also erstmal die Basis sozusagen, um die Basis, damit die Basis halt weiter sein, dass alles in Ordnung ist, damit seine Flotte da ungehindert nach Camino kann, um einen Überraschungsangriff zu starten. Um halt wirklich der Republik einen tödlichen Schlag zu versetzen. Das habe ich einfach nicht verstanden, actually. Warum ist die Basis dann wichtig? Also warum können die nicht einfach mit irgendwie Hyperraum dann vorbeifliegen? Weil die ja scannen können. Den Hyperraum? Ja. Nein. Ankommenden Schiffe können wir uns scannen. Also, registrieren. Also, du merkst das. Du siehst das. Ja, aber es würde ja nicht ankommen. Es würde ja quasi erst, die würden ja in Camino quasi rausspringen und wenn die es dann scannen, ist ja schön und gut, aber sie sind schon da und würden die schon reinballern. Ich meine, in Medevalence Arc war es ja auch so, dass sie nicht durch den Hyperraum wissen konnten, wo die Medevalence rauskommt, sondern dadurch, dass halt Anakin Big Brain ist und das rausgefunden hat. Ja, schon klar. Ich meine nur, dass, wenn Schiffe aus dem Raum kommen, das merkt man. Ja. Jetzt ist die Frage, können die das scannen, wenn ein Schiff aus dem Hyperraum vorbeifliegt? Also nicht bis Teil 9. Nee, Teil 8 war das. Mit der wunderbaren Ich kann dich durch die Hyperraum-Tracking-Technologie die absolute Bullshit ist. Naja, ich meine jetzt nicht durchgegangen, ich meine jetzt, wenn ein Schiff halt durch diesen speziellen Punkt, wo du gerade bist, vorbeifliegt, ob man das registrieren lassen kann. Nicht, dass man irgendwie tracken kann, wo lange du fliegst gerade oder so ein Ortungsschip. Glaube ich nicht. Ich meine wirklich, diesen einen Punkt, da hast du irgendwie so eine Sendeschüssel hast, dass du wirklich scannst bei dir in diesem Space gerade, wenn da irgendwie Schiffe vorbeifliegen, dass du die registrieren lassen kannst, weißt du? Irgendwie. Würde gehen, wenn der Hyperraum nur Geschwindigkeit wäre. Ist er aber nicht. Der Hyperraum ist ja quasi so, sagen wir mal, eine eigene Dimension, so in dem Sinne. Deswegen macht keinen Sinn, dass die das scannen könnten. Das funktioniert eigentlich nicht. Also die einzige Erklärung, die ich irgendwie sehen könnte, ist, dass quasi die einzige sichere Hyperraum-Route quasi durch diesen Sektor ist, der dann quasi dann kurz da anhalten müsste und dann halt der nächste Eingang dort beginnt von den Hyperraum-Routen. Das wäre so das Einzige, was ich mir eventuell erklären könnte, weil sonst wäre dieser Outpost ziemlich nutzlos. Ja. Na gut. Auf jeden Fall Asai Ventures zum ersten Mal jetzt in der Serie. Im Podcast, ja. Im Podcast. Asai Ventures ist eine Studium Dokus, genauso wie wie und zwar ist sie so eine Art Assassinen für Doku. Hat zwei rote Lichtschwörter gekrümmt. Wie mein Schwanz. Ja, ja, ja. Okay. Und die erledigt halt wirklich so Drecksarbeit für Doku und manchmal kämpft sie auch in gewissen Schlachten mit. Ähm. Sie fühlt über Macht, ist eine Ex-Jedi und ich denke, ah ja genau, sie gehört auch noch zu den Schwestern der Nacht. Das ist auch die erste, das erste Mal, als wir eine Person von dir sehen. Die Schwestern der Nacht. Klingt halt ein bisschen so, als würdest du bei den Galaxy of Hero Eintracht durchgehen. Echt? Ja. Wollt ich bei Galaxy of Hero durchgehen? Nee, muss nicht. Aber es ist halt, die stammt von der, also die gehört nicht wirklich den Schwestern der Wachten, momentan zumindest nicht. Die stammt von denen ab, von den Planeten, davon datumiert und wurde halt als Schwester der Nacht geboren, aber aktuell gehört sie nicht dazu. Die ist halt wirklich momentan Siv-Assassine. Ja, ja, das meinte ich. Aber ja, Schwestern der Nacht kommen auch noch dazu, das sind quasi die ganzen Leute, die irgendwie weiß sind. Äh, die ganzen Frauen. Die ganzen Frauen, die weiß sind. Die früheren Nacht sind auch was anderes, aber ich denke, wir gehen da wirklich dann mehr drauf ein, sobald wir wirklich eine Folge drüber haben. Nee, wir sehen dann auf jeden Fall später, was dann die erste Folge ist der Schwestern der Nacht. Ich hoffe, dass es nicht Dacia Binks ist. So, Galaxy of Heroes Eindruck zu Siren Tits. Warte, warte. Das ist übrigens ein Handyspiel, wo man so Helden collecten kann und so, das ist ganz cool, spielen wir aktiv. Die zählten hier als Ziv, der ja, Autowork. Ist ja auch nicht. Was zählt sie dann? Als Schwestern der Nacht und als Separatist. Sie ist eine Unterstützerin, sie gehört zur dunklen Seite, ist eine Anführerin, eine Schwestern der Nacht, Separatist und ein unangepasster Nachtnutzer. Ja. Ich dachte, die haben ja, äh, wirklich sowas, äh, so einen kleinen Eintrag. Nee, leider nicht. Ich bin enttäuscht. Leider nicht, ne. Das wäre schon lustig, das würde uns ziemlich viel erreichen, wenn wir gegen Charakteren von Galaxy of Heroes Eintrag verlesen. Aber ja, um mal zurück zur Folge zu gehen, ähm, alles ist bereit für die Invasion von Camino, es muss halt quasi nur noch angekommen werden. Aber, unglücklicherweise, ruft genau in diesem Moment Rex und Cody, äh, sind auf dem Weg zur Basis und rufen dort quasi an. Die Droiden sind ein bisschen an Paniken und denken sich, was machen die jetzt? Aber, wir sehen eine sehr interessante Fähigkeit von diesen Kommando-Droiden, die können ihre Stimme verstellen und klingen dann quasi wie ein Klon. Das ist echt gefährlich. Das ist echt, äh, vor allem in so'n, wie man auch sieht, dass die halt so mit den Hologramen, äh, öfter mal kommunizieren, das ist halt wirklich gefährlich, weil man halt einfach in Klonenrüstung sein muss und das war's dann. Fertig. Is dangerous. Was wir nie wieder sehen werden. Anyways. Da sehen wir, glaube ich, wirklich nur in dieser Folge und dann die wieder. Wenn ich mich nicht irre. Aber ja, also, der beendet halt wirklich den Anruf. Also, Cody und Rex lassen sich nicht abschütteln, die Droide versucht, die verzweifelt abzubringen, aber die lassen sich da nicht verarschen. Aber, Rex merkt halt, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Droide beendet den Anruf mit Roger, Roger. Und es ist halt schon so'n bisschen, äh, ja, es klingt und sieht aus wie ein Klon, aber wenn ein Klon zu euch kommt und den Cat-Frag von Gegner irgendwie als Abschluss für euch sagt, ist schon, äh, ein bisschen Sus. Also, Rex hat auf jeden Fall ein ganz mieses Gefühl. Naja, wir schneiden wieder zu den Überlebenden, die gerade aus den, ähm, Tunneln, beziehungsweise diesen Ventilationsschacht krammeln. Und, ähm, die fühlen sich da schon sehr, äh, ungewollt, weil die hören da irgendwie Geräusche oder so, was jetzt nicht vom Droiden stammen kann, also irgendwelche Tiergeräusche. Dann, ich weiß nicht, welcher von den Klon das war, auf jeden Fall einer meinte, ja, das sind wahrscheinlich diese Riesen-Aale. Auf jeden Fall meinte Elko dann, dass das halt einer dieser Aale sein könnte und das auch der, äh, ecklich, auch der Grund ist, warum die nicht draußen sein sollten, wegen den diesen Aalen. Und, äh, während man vom Teufel spricht, kommt dann so ein fetter Aal rausgeschossen auf so einem Loch und schnappt sich Kett ab? Kett ab. Kett ab. Schnappt sich Kett ab und zieht ihn mit in den Untergrund. Ja, jetzt weiß ich aber, warum ich mich nicht mehr den Tiefel erinnern konnte. Das ist jetzt, der Team ist schnell gestorben. Naja, also, seine Kollegen versuchten ihn noch zu retten oder so, ihm zu helfen. Von denen sind sie auf ihn draufgeschossen und, aber irgendwie. Das war wirklich minimal effort. Die haben sie einmal draufgeschossen und gesagt, ja, du bist tot, okay, Anyways. Also wirklich, ihr bester Bruder war das wohl anscheinend nicht. Nicht von deren Versuchungslevel. Die haben ihn aber sterben lassen, das war denen egal. Ist einfach gestorben. Na gut. Kurz danach sehen sie, wie, äh, Rex und Cody landen. Und, äh, die haben schon zueinander schon gesagt, ne, also, die müssen die jetzt endlich wahren, weil es ist gefährlich, die werden doch, ne, die werden doch, äh, draufgehen. Äh, wir sehen dann, wie die Perspektive zu Rex und Cody wechselt, wie sie landen. Ja, das war irgendwie ein richtig cooler Schnitt und zwar, wir sehen quasi, von, also, wir zoomen von der Perspektive von den drei überlebenden Klonen, zoomen wir auf das Schiff raus, machen dann einen Perspektivenwechsel, wo wir halt trotzdem auf Schiffs drauf gucken und sehen, wie das Schiff landet und dann schneiden wir in Rex Perspektive, das war quasi so ein dreifacher Schnitt, dass wir von der normalen Perspektive der überlebenden zur Schiff Perspektive zu Rex Perspektive, das war richtig cool, I like it. Das war richtig smooth transition. Naja, also, Rex, 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 Rex fällt direkt auf, dass, der, angebliche Deck-Officier, ne, nicht da ist, ah ne, Rex fällt auf, dass der Deck-Officier nicht da ist und, Cody sagt direkt dazu, dass die halt einfach nur schlampig sind. Sagt er wirklich schlampig bei dir, im Deutschen? Ja. Oh dang, bei mir sagt er was sloppy. Ja. Rechtiger Schlampen sind das. Schlampen. Die Jungs sind schlampig, sagt er da. Und Schiff ist damit halt weg und überall, also, überall auf der Landerplattformen sieht man halt die Kommando-Drehen versteckt, das ist dann wirklich auch schön mit einem Cut, ne, würdest du sagen, schön mit dem Schnitt gemacht, dass wir da lang gehen, ähm, von der Seite aus, links, sieht man, wie die beiden Klone zum Eingang gehen und auf diesem Weg, wo wir sehen, sind da so Kisten und die sind halt direkt dahinter versteckt und dann sieht man wirklich, die Kamera bewegt sich ja mit und dann sieht man so beim Vorbeiziehen diese Kommando-Drehen. Ja, ich würde aber nicht Cut sagen, ich würde Kamerawinkel sagen, aber ja, stimmt jetzt. Kamerawinkel, ja. Aber ja, man sieht dann quasi, einer der Klone kommt raus und ich habe jetzt mal Klon in Anführungsstichen erlegt, weil man merkt halt direkt, dieser Klon ist halt so im An-Kan-Nivelli drin, das ist halt quasi der, der ist so ein unwirdes Gefühl, das bei Menschen aussieht, wenn etwas an sich menschlich aussieht, aber nicht wirklich. und man merkt auch wirklich das wird halt hier dabei ausgelöst, in denen der Klon macht halt viel zu viele Armbewegungen, seine Beine bewegen sich viel zu langsam und unnatürlich und was er redet, passt nicht zu seiner Gestik, also er redet quasi so, ja, das muss nicht sein und während er mit seinen Armen richtig rumfuchtelt, es passt halt nicht zueinander. Das wüsst halt diesen gesamten An-Kan-Nivelli-Effekt aus. In diesem Effekt löst du auch immer bei mir aus. Ich bin menschlich, okay, glaub mir. Keine Ahnung, was würde er sagen. Du bist so ein Skinwalker, Alter. Der trinkt da wohlweg Wasser Kirsche, Alter, wer trinkt denn sowas? Nicht wohlweg, V-Tracks. Alter, noch ein Fake oder sowas. Ja, sponsort von V-Tracks. Du bist doch unmenschlich, Alter. Ja, aber fang bloß nicht mit dieser Skinwalker-Sachen, Alter, da gibt's da auch andere Sachen, da auf TikTok ist ja ganz furchtbar. Skinwalker. Ist so alles, was man sieht, ist so Skinwalker, Chefshifter, es muss definitiv phakonomal sein, es ist ein Hund. Ich bin Fan von den They All Wear Heads. Von den was? They All Wear Heads. Millions Wear The Heads. Kennst du das? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Zwerge, Digga, die die Zwergen gejagt haben. Keine Ahnung. Alter. Aber ich weiß auf jeden Fall, also so Skinwalker sind eine große Sache, Doppelgänge sind so eine große Sache auf TikTok, es ist furchtbar. Aber ja, also während die dann mit den Uncandy-Klonen reden, versuchen die Surviving-Klons definitiv Rex und Cody auf den Coms zu erreichen, also auf die Communicators, aber es funktioniert nicht, weil die sind auf einer anderen Frequenz, die sind halt die höhere im Rang-Frequenz, keine Ahnung, irgendwie so. Aber ja, Rex befindet dann, den Uncandy-Valley-Klonen, sie reinzulassen und der Klon antwortet mit Roger, Roger, was man wieder ein sehr ungewöhnliches Gefühl bei Rex hinterlässt, besonders weil dann eine rote Flair von den überlebenden Klonen kommt und Rex schießt den Klonen direkt in die Fresse. Aber sofort, nicht mal zögern, dreht sich um, baum ins Gesicht. Rex hat da sehr schnell reagiert, schon was komisch, ne? Ja, wäre schon kritisch, wenn das jetzt einfach ein normaler Klon gewesen wäre, einfach nur ein Prankspieler oder sowas. Prank. It's just a prank, a prank. Aber Cody ist entsprechend schockt, weil Rex hat gerade in seinen Augen einfach einen Klon vor seinen Augen exekutiert, ohne Grund. Aber ja, Rex sieht den Helm und zeigt, dass es in Wirklichkeit ein Kommando-Droid ist. Genau im selben Moment schlägt der Hinterhalt von den Kommando-Droiden zu und Cody und Rex mussten dringend fliegen, weil sie sind deutlich in der Unterzahl. Dann kommen Druiden und bewerfen das Schiff mit Stein. Oh, jetzt geht's nicht mehr, schade, jetzt können wir nicht aufhören. Sie bewerfen das Schiff mit Granaden, wodurch das Schiff auch explodiert, zerstört wird und Rex und Cody sind pulverisiert und tot. Ja, schade drum, aber jetzt würde ich sagen, an diesen wunderbaren Cliffhanger machen wir eine kurze Pause und Noah kann jetzt fressen gehen, ich mach mal jetzt auch irgendwas zuerst oder sowas, wir werden sehen. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Pause. Gut, nach Norrs kleinen Kotzanfall sind wir jetzt wieder zurück und wir beginnen damit, dass, ja, Cody und Rex sind leider nicht pulverisiert und tot, die sind jetzt, die hangeln sich von dieser Plattform runter, leider, leider. Wäre schon witzig gewesen, einfach Ende der Folge. Deswegen zum ersten Mal Rex und zum letzten Mal. Zum letzten Mal Rex. Das wäre schon, wäre schon schön. Das wäre schon ein bisschen kritisch für mein Galaxy of Heroes Team, weil das Rex drin, aber, ne? Ein wenig. Ich meine, es gibt einen Grund, warum in Galaxy of Heroes es kein Heavy gibt, momentan, also. Es gibt auch einen Grund, warum Rex irgendwie zweimal da ist. Ja, ja, actually, ich glaube inzwischen sogar dreimal. Echt dreimal? Es gibt ja einmal, wobei ich glaube, es gibt ja einmal Old Man Rex, dann gibt es normalen Clone Rex. Ja. Meines gab noch eine dritte Version, ich bin mir nicht sicher. Nee, also ich bin mir sicher, es gibt nur normalen Rex, ne? Für das Team 501. Genau. Und, äh, diesen Old Man Rex für, äh, Rebels. Genau, für das Rebels Team. Genau, es gibt nur zwei. Ja, ich dachte, es gibt hier noch hier den, äh, den wirklichen aus Teil 6, den Rebellen Rex. Dachte ich. Nee, ich schätze wirklich, Rebellen Rex, äh, gehört mit zu, äh, Phoenix Team. Nee, nee, ich meine hier wirklich den, äh, aus Teil 6. In Teil 6 ist ja Rex, äh, Live-Action schon da, bevor Rex überhaupt existiert hat, weißt du, ne? Ja, aber, das ist jetzt wirklich einfach, äh, von, also dieser, in Anführungszeichen, Rex, ne? Mhm. Der in, äh, den man in Teil 6 gesehen hat. Ja, in der Schlacht von Endor. Das war wirklich, ja, das war wirklich nur, ähm, Fan-Hype und sowas, Fan-Fiction. Das war, das war nicht, das war nicht offiziell, Rex kam danach. Dieser, Teil 6, der, Teil 6, war halt da, und der sah halt nach Rex aus, nach Old Rex, und dann kam halt Clone Wars, ne? Und, äh, bei Clone Wars hat man halt, äh, ne, Rex Keggenland und so, Rex ist cool, und hat man diese blau-weiße Farbe gesehen, äh, ne, blau-weiße, der hat auch ja blau-weiße Farbe gesehen. Blau-weiß, ja, 5-3-3-4, blau-weiß. Und dann, äh, kamen halt auf einmal Theorien auf, weil man in Teil 6 bei Endor, in der Endor-Schlacht, ne, gesehen hat, dass jemand so eine Art, äh, Klon-Rüstung, in Anführungsstrichen, eine Klon-Rüstung gesehen hat, mit, äh, blau-weißer Farbe. Und dann kamen die ganzen Theorien. Klar. Deswegen ist das nicht. Ne, das ist, weil, ähm, es wurde confirmed, dass, äh, Käpt'n Rex bei der Schlacht von Endor, der war dabei. Das ist confirmed. Und, äh, an sich, der Hauptgrund, warum die Leute denken, dass dieser, dieser alte Mann davon, äh, der in Teil 6 bei Endor-Grund war, der sieht halt sehr aus wie, ähm, Old Man Rex, die man in Rebels sehen. Deswegen, daher kommen die meisten Theorien. Ja, zuerst war es halt Fan-Theorien, äh, dass die halt bei, äh, ja, was wirkt, bei Endor waren, aber dann wurde es halt offiziell gemacht. Genau. Also zuerst war es halt einfach nur Fan-Content, aber es wurde halt quasi dann offiziell, offiziellisiert. Offiziellisiert. Yannis, Yannis hat Neues-Water-Fund offiziellisiert. Ja. Also es ist quasi die selbe Situation wie in Iron Man 3, äh, wo halt im Nachhinein confirmed, so was, dieses, dieses Kind da, das Iron Man rettet, ist Spider-Man. Es wurde im Nachhinein confirmed, ist quasi die selbe Situation hier. An sich, es wurde, es war zuerst eine Fan-Theorie, aber es wurde dann im Nachhinein confirmed. Das ist ein Inter-Vergleich, ja, stimmt. Ja. Aber ja, das sehen wir dann, wenn wir Teil 6 in irgendein Special durchnehmen. Ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir dann bis Teil 6 kommen. Ja, du hast ja schon mal durchgerechnet und das dauert sehr lange. Naja, also das erste Special, was wir machen, wenn wir jetzt hier von, äh, den Clone Wars-Filmen, dann machen wir halt Staffel 2 erstmal, das dauert auch ein bisschen und dann würde ich sagen, fangen wir mit Teil 1 an, also dann gehen wir halt nochmal durch. Dauert. Ich glaube, wir sind dann mit Teil 6, das ist, glaube ich, das letzte Special, was wir machen werden, während wir Clone Wars machen. Euer Starding oder Yannis hat, äh, einfach Lifetime, äh, Purpose jetzt gerade aufgestellt. Ja. I found my Purpose. Naja. Nee, aber das dauert auf jeden Fall ein Weichen, bis wir fertig sind. Ja. Aber, ist nicht schlecht. Aber ja, um jetzt endlich mal zurück zur Folge zu kommen, nach 10 Minuten diskutieren. Aber ja, also Rex sagt dann quasi, sie sollen ihre Helme abnehmen, und man merkt sofort, Rex ist da ein bisschen vorsichtiger jetzt, nach der, der schönen Aktion da oben. Dabei kann ja sein, dass die Fahrt dann auch weiter geht und die dann halt nochmal zugeschnappt werden. Glücklicherweise sind das wirklich die überlebenden Klone, also sind die jetzt in guter Company. Dann plötzlich springt ein Riesenwurm aus den Boden und Rex schießt ihn so ins Gesicht, dass er einfach One-Shot-Tot ist. Rex hat einfach AIM, seinen Vater, er schießt ihn einfach direkt ins Auge und, äh, legt den Wurm schlafen. Ich muss da wirklich sagen, ich hatte meine Probleme mit, mit dieser Szene. Ich hatte meine großen Probleme mit, weil das zerstört quasi den gesamten Tod von Card-Up. Ja, es ist nur ein random Klon, aber das zeigt quasi, wie pathetic, weak diese Würmer eigentlich sind, weil One-Shot und Tod, das ist einfach zu schnell, weil es zeigt einfach, okay, dieser Wurm ist extrem schwach eigentlich, es ist schon ziemlich peinlich, dass Card-Up dadurch gestorben ist. Also ich gebe dir ein Ja und ein Nein. Einmal Ja, ich stimme zu, dass halt, äh, die, die waren ja zu viert oder so, glaube ich, oder zu fünft sogar? Vier. Zu viert. Sie waren ja zu viert und haben es nicht geschafft, diesen riesen Aal runterzuballern. Genau. Aber halt nur halt, der eine mit dem Plot-Armor hat es geschafft, One-Shot, sein Auge auf einmal zu treffen, seine Schwachstelle angeblich, entscheidend, ne? Wegen Plot-Armor, er hat Plot-Armor gehabt und so und... Ja, es zeigt ja quasi, dass Rex quasi dumm OP ist, weil er kann diesen Wurm einfach One-Shot wegballern. Angeblich, wenn der Plot-Armor kann er einfach One-Shot und das war's. Andererseits, Punkt 2. Punkt 2 ist halt, Rex ist wirklich ein sehr erfahrener Klon, der sehr viel im Krieg war. Äh, soweit ich weiß, ich hab sehr viele Videos geguckt über Rex auch, also, Theorie-Videos oder auch über Kanon und sonst was. Ähm, sobald ich mitgekriegt habe, war Rex sogar in der ersten Schlacht von, äh, Gengenosis mit dabei. Boah, das weiß ich nicht. Äh, kennst du, kennst du, es gibt so eine Theorie-Folge von, äh, Rex, dass Rex wirklich der Klon war, der mit, ähm, Padme runtergefallen ist. Das ist aber jetzt weit hergezogen. Der ist sehr weit hergezogen, ich möchte es schon erwähnen. In, ähm, in Star Wars 2, also Film 2, ne, äh, Angriff der Klon, ne, oder, wer ist das Klonkriege? Angriff der Klon, ja. Angriff der Klon, in Gnosi, äh, Georgianer-Krieg, ne, dass halt Rex wirklich der Klon war, der mit Padme zu Samut gefallen ist, als das Kanonenboot von den zwei Gnosianern-Schiffen angeschossen wurde. Ne, das war jetzt wirklich sehr weit hergezogen. Das stimmt, das stimmt, das ist sehr weit hergezogen, aber es gibt eine Theorie dazu. Gibt es da irgendeinen Beweis dafür, oder? Ich, ich habe jetzt keinen Beweis dazu, es gibt bestimmt irgendwelche anderen Sachen dazu, das müssen wir eigentlich nochmal erklären, aber, erst mal möchte ich es so halt hinhalten. Auf jeden Fall, so, oder so ist Rex ein sehr alter Klon. Heißt, er hat sehr viel Erfahrung. Rex ist ein Klon der ersten Fabriko oder sowas. Das kam in Bad Batch vor oder sowas. Ja, aber das Ding ist halt wirklich, deine Theorie hat jetzt nicht wirklich eine Basis, finde ich, weil es ist halt ein random Klon, der irgendwie zwei Minuten da ist. Meine Basis ist, ähm, Bad Batch. My source is that I made it the fuck up. Rex ist ein sehr erfahrener und, ähm, krasser Klon, weil ich beziehe mich da halt wirklich auf Folgen später, beziehungsweise trete ich auf eine ganz andere Serie, ähm, Bad Batch, weil da wird gesagt, beziehungsweise, diese Omega, die jetzt wahrscheinlich kaum jemand kennt, ein kleiner Klonkind, ein kleines Klon, äh, Klonmädchen, ne? Ein Defekt! Ein Defekt? Sie hat halt ihn erkannt als wirklich erste, also, als, ähm, einer der ersten Klonen, die entstanden sind, ne? Auf jeden Fall ist er halt wirklich sehr alt und sehr erfahren. Also, ich glaub, wirklich, als, wirklich zum Thema, also, zu meinem Punkt zwei, dass halt Rex, was sehr krass erfahren schon da ist und halt noch mehr Erfahrung dann sammelt, weiter, später, ne? Aber schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat und halt einfach krass ist. Ja, aber ich hatte mal einen kleinen, äh, Vorschlag vorbereitet, wie man das einfach easy fixen könnte, ohne irgendwas von Racks wegzunehmen, ohne irgendwas von der Scene wegzunehmen und gleichzeitig Cut-Ups tot immer noch gut machen kann. Und zwar, ähm, ganz einfacher Fix, man könnte das machen wie im Lego-Spielen und zwar, äh, also, ich hab sogar zwei Fixes. Erstens, man kann's machen wie im Lego-Spiel, dass man halt einfach sagt, okay, äh, man schießt ein bisschen drauf und dann haut das Fisch ab, also, es ist nicht sofort tot, sondern es hat halt irgendwie bessere Rüstung und haut dann ab. Dann kann man, äh, sich abbranchen, entweder macht man kurz in der Folge eine Nebenmission, gibt's keine Zeit für, dann schneidet man einfach raus und schreibt den Wurm dann in Spachin raus, als wäre er halt gestorben, weil das abgehauen ist. Das nimmt dann zum Beispiel die Sache weg, dass Rex ihn one-shottet, das nimmt das komplett weg. Ja, stimmt, dass er ihn one-shottet, das stimmt, aber selbst im Spiel Clone Wars gibt's halt so eine Mission, dass halt man ihn halt ihn umbringt, dass er halt wirklich auf dem Boden liegt und dass man, halt auf diesen, ähm, auf sein Auge schießt, das war ja Silber, oder Gold, ich weiß nicht mal, was es genau war, aber wir spielen jetzt nochmal durch, ähm, dass er wirklich nur diese eine Person draufspießen kann mit den zwei Blastern, das war halt nur Rex. Nur Rex konnte draufschießen. Ja, weil es halt an die Folge angenehm ist. Ich meine jetzt eher, dass das Viech einfach abhaut und sich dann einfach, äh, aber weg ist. Mein zweiter Vorschlag ist, ähm, dass Rex kann den Kill machen, das ist kein Problem, aber es wäre halt so viel besser, wenn einfach die anderen Klone währenddessen mit darauf schießen. Es wäre halt immer wirklich besser, wenn die anderen Klone quasi mit darauf schießen, dass er halt wirklich, äh, zuerst ein kurzes Gefecht ist, dass halt wirklich alle Klone draufballern und dann Rex quasi, äh, ganz cool ins Auge schießt und ihn damit umbringt, dann kann man immer noch dieselbe Line haben von wegen, nice, short, und dann weitermachen. Es halt einfach nur vorher ein bisschen mehr Drama gibt, dass halt wirklich alle Klone zusammen draufschießen müssen und Rex quasi den Kill kriegt. Du meinst wirklich, nach dem Motto, dass halt das ganze Team gibt sein Bestes, äh, macht den, diesen, in Anführungsstrichen, Boss fertig und dass halt der Anführer, ne, also Rex in dem Fall, den Final Shot gibt und dann, dann würde es Ja, das wäre die Idee dahinter. Genau, das würde den selben Effekt geben, gebe ich dir recht, ja. Es würde den selben Effekt geben und es würde, es würde den Tod von Cut Up besser machen und es würde dieses, äh, dieses Wurmviech so viel mehr bedrohlich machen, weil dann würde es wirklich Sinn ergeben, dass die Klone verboten sind, rauszugehen, weil man kann das Viech nicht alleine umbringen, man braucht dafür vier, fünf Leute, sonst geht das nicht. Es würde das so viel besser machen, es würde es einfach reparieren. Aber na, Rex, one shot, easy. Jetzt, wo es wächst, äh, gebe ich dir, glaube ich, recht, weil, das untergräbt richtig die Autorität der normalen Klone, weil wenn Rex einfach mit, einfach einen Schuss einfach besiegen kann, während die anderen Leute da, also die anderen Klone, ganze Zeit raufschießen und nichts treffen oder nicht mal den Wurm treffen, das untergreift, untergrabt wirklich die Autorität von den Klonen. Das ist wirklich... Ja, und das zerstört dann einfach Cut-Ups Tod, das ist jetzt einfach irgendwie, haha, lol, der ist gestorben zu so einem schwachen Wurm, was für ein Opfer. Statt, oh nein, Cut-Up, der Klon, der ist jetzt tot. Na, das ist einfach Comedy Relief, der ist jetzt tot, lol. Das macht das halt so kaputt. Aber ja. Rex stellt sich da erstmal vor mit dem wunderbaren Namen You Will Call Me Captain or Sir. Er stellt direkt seine Autorität fest, das ist das erste, was er tut und übernimmt quasi das Team. Dann sagt Cody A Batch of Shinies. Und da möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, Shinies ist halt quasi, das heißt einfach nur, das sind neue Soldaten, die haben keine Erfahrung, im Sinne von Shining Armor, deswegen sind das Shinies. und es gibt da einen Real-Life-Vergleich. Das ist Rookies. Shining Armor ist im Sinne von, halt, die haben nur weiße Rüstung und keine Farben oder sowas dran oder keine Marken oder so, keine, äh... Digga, was machst du da, Digga? Ich muss doch kurz denken, weil du weiter. Shining ist wirklich in dem Sinne von, ähm, die haben da wirklich keine Farbe dran, keine Marken, keinen Staub, das ist wirklich eine glänzende, weiße Rüstung von den Klonen. Also wirklich, die kamen frisch aus der Produktion und das war's. Die werden Chinese genannt. Erst wenn die halt später in den, ähm, wer heißt das, in Squads kommen? Und derart? Ja, in die verschiedenen, in die verschiedenen Gruppen, sagen wir jetzt mal so, jetzt vorsichtig, bevor uns irgendwer äntet. in verschiedenen Gruppen kommen und dann irgendwann auch ein bisschen Farben kriegen, wenn die sich behauptet haben, dann sind es keine Shinies mehr. Und da gibt's halt wirklich ein Real-Life-Word für, das heißt Rookies. Und, ähm, also Rookies ist dasselbe wie Shinies. Es sind einfach nur Leute, die halt frisch aus der, äh, Produktion kommen. Naja, also frisch aus der Ausbildung, um groß zu sein. Genau, frisch aus der Ausbildung kommen, die halt, äh, keine Erfahrung haben. Und das, das stammt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Aus, von den, von den Worten, das Wort Rook benutzt, das, das, das stammt dann von den Worten Rookery ab, was eine Brutkolony ist. Deswegen, es stammt halt quasi davon ab, dass es einfach ganz viele ersetzbare neue Soldaten ohne Erfahrung sind. Deswegen Brutkolony, Rook, Rookie und, so wurde das dann später im Detail übernommen. Und ich find richtig schade, dass wir, wir kriegen jetzt ein neues Wort, Shinies, bedeutet genau so, wie Rookie. Und trotzdem benutzt Rex später nur noch Rookie. Die sagen nie wieder Shiny. Das ist richtig scheiße, find ich. Die machen ein neues Wort, was in Universe Sinn hat, eine Geschichte hat und fügen das mit einem Wort ein, was an sich gar keinen Sinn macht für die, weil es ist dann nie benutzt. Es macht keinen Sinn für die. Das find ich richtig scheiße. In dieser selben Folge sagt er später, äh, look sharp, Rookies. Und seitdem sagt er nur noch Rookies. Der sagt nicht wieder Shinies. Das find ich richtig scheiße. Ja. Jetzt versteh ich, was du meinst, aber, ähm, Rookies hat auch damit was zu tun mit, äh, Recruiten. Mit dem Wort Recruiten. Ja, das stand von dem Wort ab, von Rookery. Ja, er wird wahrscheinlich auch mit dem, auf das Wort, äh, Recruiten, also Recruit, anspielen und Dias weiterleiten. Ja, nee, tut's aber nicht. Dieses Wort Rookie hat wirklich eine Bedeutung. Das stand nicht von Recruit. Aber ich find das halt wirklich richtig schade. Das ist, die machen schon ein neues Wort in Universe, was die Geschichte hat in Universe und ersetzen es dann mit einem Wort, was gar keinen Sinn macht. Was nur Out of Universe eine Bedeutung hat. Find ich richtig schade. Also im Deutschen wird Shiny, äh, zu Glänzer übersetzt. Ja, macht auch Sinn. Funktioniert auch. Deswegen, die machen schon ein eigenes Wort im Deutschen und im Englischen und dann machen die es halt nie wieder. Die nutzen es auch einmal am Ende der Folge und dann nie wieder. Das ist richtig schade. Und, äh, in den folgenden Szenen, äh, sagt Rex, äh, Rekruten. Bei dir sagt er Rekruten, okay. Bei mir sagt er halt wirklich Rookie und Rookie ist halt ein amerikanisches aus wie ein amerikanisches Militär, was halt dann wirklich, äh, wie gesagt, meine Bedeutung mit, äh, Brutkolony. Daher stammt das ab. Also bei dir Rekruten ist okay, das kann man machen im Deutschen, aber bei mir Rookies ist halt richtig scheiße. Aber ja, wir schneiden dann jetzt zurück zur, äh, Venator, wo immer noch kein Kontakt zu Rex und Cody aufnehmen werden können, aber die versuchen es immer noch, aber Cody und, äh, Obi-Wan teasen sich die ganzen, was, Cody und Obi-Wan? Obi-Wan und Anakin teasen sich die ganze Zeit ein bisschen mehr. Cody, Obi-Wan teasen sich sehr dolle. Aber ja, die teasen sich von wegen, dass, äh, ihre Klone sich sehr wie die anderen sind so und teasen sich ein bisschen mit den Klonen und dann gehen die zurück zur Arbeit. Gehen davon aus, dass, äh, die Klone sich schon melden werden, wenn was nicht stimmt. Ich, also, ich würde gerne nur auf die Klone melden gehen. Ne, ganz, ganz, ganz kurz auf die, äh, Chemie. Dass wirklich, dass Anakin wirklich so ähnlich ist wie, ähm, Rex. Dass halt Rex wirklich so ist, ja, der, mehr auf den pragmatischen, machen wir auch unseren Job und so, ja, der, Regeln sind ja sehr wichtig und so, ne, nach dem Motto. und dass halt wirklich Cody nach dem Motto ist nach, äh, Obi-Wan, weil Obi-Wan, äh, Obi-Wan wirklich der General über Cody ist und Cody wirklich nach den Regeln ist, genauso wie wir waren, genau danach, also, die sind wirklich eins zu eins alle, dass halt Cody wirklich nach den Regeln guckt, ja, wir müssen eins zu eins nach Logbuch führen und sowas und, weißt du, was du meine? Ja, aber würde ich jetzt nur bedingt zustimmen. Ja, Cody ist schon mehr in die Richtung, äh, wie Obi-Wan, das stimmt schon, aber er hat auch schon einiges von Anakin in sich drin, würde ich schon meinen. Cody! Ja! Cody hat einiges von Anakin in sich drin. Der hat schon ein bisschen was, äh, Anakin-like in sich drin, er ist nicht eins zu eins Obi-Wan, genauso wie Rex auch ein bisschen was von Obi-Wan in sich hat. Rex auch mehr, äh, bisschen mehr, äh, Regeln und alles rum dann als Anakin und Cody ist, äh, schon ein bisschen lockerer als, äh, Obi-Wan. Die haben schon, also ich würde wirklich sagen, dass die so Hybriden aus beiden sind. Ich stimme dir überhaupt nicht mit, äh, ein. Tut mir leid. Weil er wirklich, äh, später merkst du es auch wirklich, Cody ist sehr regelstrikt. Ja, später, wir reden jetzt von der Folge. Auch in der Folge spiegelt sich Obi-Wans Wesen in Cody wieder, genauso wie Rex Wesen sich, also, genauso wie Anakins Wesen sich in Rex widerspiegelt. Ja, stimmt schon, aber wie gesagt, es ist halt nicht eins zu eins. Sie haben schon ein bisschen was von, äh, Rex ist ein bisschen was von Obi-Wan in sich drin und Cody hat ein bisschen was von Anakin sich in dieser Folge. Zumindest in dieser Folge. Später wird es sich höchstwahrscheinlich ändern, aber in dieser Folge würde ich das schon so sagen. Ich muss da wirklich widersprechen tun, halt. Cut zu Rex und Co. auf dem Weg zur Basis. Wir sehen dann quasi halt wirklich meinen Punkt, den ich eben gesagt habe. Er sagt halt wirklich, look sharp, Rookies, finde ich schade. Das ist halt wirklich nie wieder vollkommen mit Shinies, abgesehen vom Ende der Folge, wo die halt kurz sagen, you are no longer Shinies und das finde ich halt wirklich schade. Wo sind die? Aber ja, Rex hat einen Plan, um in die Basis zu kommen und zwar, sein, äh, brillanter Plan ist es, äh, sich, ganz normal zur Tür zu gehen und, ähm, er benimmt sich wie der Uncanny-Klon von vorhin, der halt sich so ein bisschen falsch bewegt, ein bisschen merkwürdig spricht und was drummit dran. Also er benimmt sich wie Jannis. Ja, er bewegt sich genauso wie ich, richtig, äh, Uncanny-Valley-mäßig und sein Gedankengang ist halt wirklich, also sein Plan ist quasi, er verkleidet sich als Doide, der sich als Klon verkleidet. Und, äh, ich bin schon sehr froh. Ich finde, da stimme ich das zu, da reiht man ein bisschen Anakin an Rags ab, weil das ist dann wieder die Planqualität von Anakin. Mhm. Von wegen einfach hingehen, sagen, ja, ich bin hier, das war's, das ist schon sehr Anakin-mäßig. Das ist ein Write-Up-Plan, der ja einfach rein da. Einfach rein, gut ist. Wie viele Probleme denkt man nachher nach. Ja, genau, das ist schon sehr Anakin-like. Das ist schon sehr ein Anakin-Plan, das stimmt schon. Ich glaube, die 500Rs ist generell nicht so gut mit Plänen, habe ich so das Gefühl. Aber anscheinend sind sie sehr, ähm, sehr lucky, es funktioniert immer. Das ist sehr lucky. Sehr gut drin. Also, sehr erfolgreich. Ja, aber würden die, äh, zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt einen kurzen Scan durch die Tür durch, dann sind die schon gearscht. Also, die sind schon sehr lucky gewesen. Es gibt da sehr viel, was die hätten, was hätte passieren können. Aber ja, natürlich funktioniert der Klon und Rex haut den krassen One-Liner Roger, Roger raus und schießt ihn voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. Ja, die Klone rennen durch die Basis, überraschen, nutzen das Überraschungsmoment, stürmen die Basis, nehmen sie zurück ein und die Kommandorien haben sehr plötzlich einen sehr krassen Sturmtruppler eben. Weißt du, während die reinkommen, ballern die alle weg, kein Problem. Und wenn jetzt die Klonen reinkommen, oh nein, ich schieße 500R neben. Was? Du bleibst stehen. Ups, daneben geschossen. Ups, daneben geschossen. Was? Du hast null Deckung und stehst da aber nur, ach komm, ich schieße 20 Mal neben dich, das ist schon okay, sind Warnschüsse alles hier. Du hast nicht mehr Plot-Armor. Ja, die Plot-Armor ist stark in this one. Die Plot-Armor ist strong with this one. Ja, ich finde halt wirklich, die Plot-Armor haben die halt wirklich in Star Wars Universum ist ein Teil vom Star Wars Universum und das ist schon ein bisschen sad. Reden wir später noch drüber in Staffel 3. Auf jeden Fall, die Klune schaffen es halt in die Basis einzudringen und sie halt wirklich einzunehmen, alle Droiden auszuschalten und dann sehen sie aus dem Fenster die gesamte Flotte. Ja, die sehen quasi aus dem Fenster, sehen halt die Flotte von Grievous, die separatisten Flotte, die darüber fliegt und wir schneiden direkt zu Grievous, der einen Bericht von der Basis kriegt. Und jetzt schneiden wir zu Grievous, der immer noch diesen Alles ist gut-Signal schickt an die große Republik. Jedoch antworten die Droiden an der Basis nicht mehr. die eigentlich theoretisch eingenommen haben. Aber wir wissen ja, die Klone haben es ja zurück eingenommen und da wird Grievous ein bisschen nervös, weil er keine Antwort mehr kriegt. Deshalb schickt Grievous halt krasse Reinforcements. Heißt also, Grievous schickt krasse Verstärkung. Ein Schiff. Du sagst ein Schiff. In Form von einem Droidenkampfschiff. Du hast es gesehen, wie viele Droiden da drin sind. Ja, genau darüber reden wir gleich. Genau darüber reden wir gleich, mate. Ich möchte aber zuerst noch sagen, ich möchte zuerst noch sagen, der Grund, warum Grievous jetzt plötzlich so nervös wird, der halt sonst immer so eine ja komm wird schon passen Haltung hat. Das ist halt wirklich der wichtigste Schlag des Krieges. Wenn die den wirklich ausführen können, dann ist die Republik quasi verloren. Weil wenn die Camino vernichten, dann hat die Republik quasi keinen Nachschub von seiner Armee mehr. heißt, der Krieg würde dann quasi nur was sein, okay, wir müssen jetzt die restlichen Klonen, die restlichen Klone vernichten und dann haben die Separatisten gewonnen, weil die Republik hat ja keine Armee mehr. Was wollen die machen? Das wäre halt wirklich ein fataler Schlag Die Republik hat zwar keine Klonarmee mehr, aber trotzdem, du vergisst da zwar noch die normalen menschlichen Armeen beziehungsweise die normalen Armeen, nicht Klonarmeen. Ja, aber stell dir mal vor, die normale Armee muss jetzt gegen massenweise Separatisten ankommen. Ja, schon klar, die Republik wird dadurch richtig verlieren. Also, die wird er verlieren. Aber trotzdem, du vergisst dabei, dass halt die, dass nicht alle Schlachten mit Klonen geschlagen wurden, sondern auch viele Schlachten mit normalen, republikanischen Anhängern. Ja, aber lass mal kurz drüber reden. Wie meinst du, hätte sich der Lauf des Kriegs verändert, wenn jetzt wirklich die Camino vernichtet worden wäre? Meinst du, Palpatine hätte es zugelassen, dass die Separatisten gewinnen? Weil ein großer Teil von Palpatines Plan war ja, dass die Republik quasi gewinnt. Also, wie meinst du, hätte sich das verändert? Ich denke, Palpatine hätte es halt wirklich so richtig krass in die Hände von der Republik gespielt. also mit diesen angeblichen Spionage-Akten und sowas, was er hintergewickelt hat. Wir haben ja schon vorher in der, in der Folge von, ähm, von der Malevance gesehen, dass Palpatine, oh, darfst du hier das, ne? Spoiler. Spionage-Sachen, was ist das für Spoiler, Digga, das war vorher. Spionage-Akten halt, äh, also, Palpatine hat da wirklich Spionage-Sachen wirklich von der Republik zur Separatisten rumgeleitet, dass die Separatisten einen Vorteil haben, dass sie wissen, ja, da sind jetzt republikanische Leute, die wissen von euch, die von euch bumsen. Also, ich bin mir sicher, dass er halt wirklich dasselbe auch dann wieder zurück bei den Republikanern macht. Also, das hat er, hat er ja schon öfter auch gemacht bei, äh, in der Republik. Um so halt taktische, wichtige Informationen an die Republik zu leiten, dass sie halt einen Vorteil haben in einer gewissen Schlacht. Aber das war alles sein Plan, genau. Also, ich bin mir sicher, wenn die Separatisten wirklich diese Oberhand gehabt haben, ne? Camino ist verloren, Camino ist zerstört. Die Kloarmee ist halt sehr dann begrenzt. Und ich denke, dass halt wirklich Palpatine sehr stark diese Geheimformation vermehrt halt weiterleitet, sozusagen. Es ist halt wirklich, dass er wirklich die meisten das ist, dass das alles sehr stark der Rebellion dann ehelt, denke ich. Ja, ich meine eher, das würde den Imperium eheln, weil ich glaube, Palpatine hätte das Sturmtrupperprogramm sehr viel früher in Betrieb gebracht. Oh, ja, okay, da habe ich nicht dran gedacht, das stimmt, ja. Weil es ist ja auch später, die Sturmtrupper sind keine Klone, es sind nur normale Menschen, die halt quasi normal trainiert wurden, das sind keine Klone, das werden, das denken viele wirklich, dass es Klone sind, sind sie nicht. Ey, du hast extra aufgespielt, kann das sein? Du hast extra aufgewahrt, du wolltest drauf anspielen, ne? Du wolltest das erwähnen kannst, ja, okay, das gibt auch viel Sinn, ja. Sonst sehe ich ja keine Möglichkeit, dass die Republik noch irgendwie gewinnen könnte, außer durch das Sturmtrupperprogramm. Ich denke, in irgendeinem Fall, Digga, zieht Palpatine immer den größeren raus. Ja, klar, wenn man sich selbst Schach spielt, gewinnt man immer. Ich stimme deinem Vergleich zu mit dem Schach, das finde ich sehr gut, weil ich Schach auch mag. Ja. Aber ja, also wir wissen auf jeden Fall, so oder so, Palpatine hat quasi gewonnen, genau, dass das Druidentransportschiff landet und will halt untersuchen, was da ist. Und da habe ich eine große Kritik an das Budget von der, ich meine, also ich weiß, woran es liegt, es liegt wirklich am Budget der Folge, aber die Armee, die da rauskommt, ist wirklich pathetic. Ich habe mal nachgezählt, die erste Welle, die rauskam, sind 24 B1-Druinen und 8 B2-Druinen und die Klone tun so, als wäre es die größte, damit die sie immer jetzt gesehen hätten. Das ist schon kinder pathetic. Naja, also man muss ja zählen, das sind vier Klone gegen diese Druiden-Armee. Ja, aber wir sehen später, die haben da kein Problem mit. Die haben da absolut kein Problem mit und die tun so, als wäre es das Größte, was sie gesehen hätten. Nee, die acten ja damit, wie sonst immer. Das sind Soldaten, die tun ihr Bestes, die tun so, als würde ihr Leben davon abhängen, tun es auch, die geben ihr Leben dafür, dass halt alles für ihr Bestes funktioniert und so. Ja, aber spreche ich später nochmal an, wenn die dann wirklich reinkommen, weil man sieht halt wirklich, die haben da absolut kein Problem mit eigentlich. Aber ja, man sieht halt wirklich, da muss ich wieder einen Vergleich zum Lego-Spiel ziehen und zwar, wenn du dich an das Level erinnerst, die komplette Gänge überflutet mit Droiden, man hat keine Chance. Infinity Droiden, der ist unendlich viele Droiden, die raus... Man wird richtig überrannt. Du bist ja wirklich, wenn du, also du hast ja Splitscreen, haben wir schon mal erzählt, Klar, wo du hast. Splitscreen, die eine Hälfte und der eine Spieler übernimmt die Bombenhälfte, der andere Spieler hält die Droiden vom Rest fern. Ja, man hat da wirklich Spannung aufgebaut. Ja, der eine Spieler, der ist richtig unter Druck, Digga, der denkt sich so, Digga, was ist das von der Scheiße? Du kämpfst gegen Kärung und endlich viele Droiden, die hören nicht mehr auf. Die hören auch nicht auf, ne? Ja, du musst da richtig durchballern, du kannst es dir nicht leisten, eine Sekunde zu warten, das ist... Du bist komplett überrannt. Du bist nur mit einem Minigun und versuchst da eben zu leben. Du stirbst da... Also, ich bin da... Also, meiner Meinung nach... Was ist meine Meinung nach? Also, ich bin da wirklich, wo ich das gespielt habe, früher, ich bin da ständig gestorben, ne? Also, irgendwie müssen 3 oder 4 Mal oder so, ich bin ja ständig gestorben, ne? Ich hab's nicht geschafft, die normal hinzuhalten, dass meine... ähm... Mein Freund in dem Moment halt die Bomben legen kann. Ja, ich glaub, letztes Mal war am Widerspruch, du hast, glaub ich, dann zurückgehalten und ich musste halt die Bomben aufbauen. Wir waren so unter Zeitdruck, das war richtig streffig. Ich bin locker 4 Mal gestorben oder so. Also, das Feeling im Lego-Spiel ist halt so viel besser als im, äh, in der Folge selbst. Es ist einfach nur, weil die Droiden dort sind, so wenig, es ist so perfettig. Im Lego-Spiel hat das wirklich sehr viel besser gemacht. Man ist da wirklich richtig unter Stress, der andere muss das irgendwie zusammenbasteln, während der andere versucht, die zurückzuhalten, hat kaum eine Chance. Es ist richtig gut gemacht. Also, man hat wirklich gespürt, derjenige, der die Droiden zurückhält, da gäbe es kein Zurück mehr. Du bist da wirklich, du bist da nur dort, um wirklich, um so viel Zeit zu schäden, wie möglich, damit dein Freund es schafft, die Bomben zu legen, damit die Basis kaputt geht. Genau. Bist du wirklich, so ein Feeling. Du bist da wirklich, du gibst dein Leben dafür, damit dein Brie einfach genug Bomben anbringt, um Adwagba zu machen. Ja, schließlich. Und ich, so sollte sich eigentlich die Folge anfühlen, aber tut es halt einfach nicht. Die Folge fühlt sich an der Zeit, in die alle Zeit der Welt, alles entspannt. Und die Droiden selbst sind halt wirklich pathetic, was da rauskommt. Ja, da stimme ich dir echt zu. Direkt am Anfang, ja. Aber später. Es ist immer noch pathetic. Es ist wirklich nicht gut. Rede ich später nochmal drüber. Aber ja, Rex bringt dann die krasse Idee, die wir jetzt schon gespoilert haben. Er will die Basis vernichten und somit das Signal beenden, dass die Republik quasi dadurch gefahren wird. Wie gesagt, habe ich schon drüber gesprochen, das Signal wird dauerhaft gesendet und dann wird dann halt entsprechend die Basis vernichtet und das Signal stoppt. Zuerst hat Rex vorgeschlagen, nur ein paar Thermal-Detonatoren hin zu platzieren in wichtigen Ecken, aber ich glaube Heavy war das. Heavy hat da halt einen Mann gewendet oder haben Files, ja. Da ist halt das so ein paar Granaten oder sowas nicht ausreichend, um die ganze Basis in den Luft zu sprengen. Wir brauchen eine größere Sache, ne. Auch wenn dieselben Granaten eben ein ganzes Schiff in die Luft gejagt haben. Also haben die, äh, in ein, was haben die angeschleppt? Ich weiß nur, dass so ein Gong-Druiden da rumgegangen sind. Ich glaube, das war Fuel oder sowas in der Richtung, dass es irgendwas sehr, sehr, irgendwie brennbares Fuel. Tut mir leid, dass wir nicht jetzt, äh, genaue Sachen dazu beitragen können. Aber auf jeden Fall war es hochexplosiv und die haben es alle in der Hauptzentrale platziert und waren bereit, um es zu detonieren. Ja, und damit ich kurz nochmal hinzufügen, es ist dasselbe wie bei den Droiden, die haben, lassen sich Ewigkeiten Zeit alles entspannt. Man sieht öfter mal, die Droiden, die stehen einfach nur draußen, die bewegen sich nicht mal. Es ist wirklich, als hätten die ihre Bluetooth-Connection verloren. Die stehen einfach nur da dumm rum und es sind halt wirklich wenige, die, es hat sich in aller Zeit nicht mehr Droiden gebildet, es sind immer noch nur die, äh, 24 B1 und 8 B2 Droiden, die da rumstehen. Es ist halt wirklich einfach erbärmlich. Ja, stimmt hier wirklich zu. Da war wirklich mehr Stress, ähm, Star Wars 3 Game, also Star Wars The Clown Wars, wo wirklich der andere, wirklich währenddessen, die anderen Droiden zurückhalten musste, während wirklich die Bomben platzieren wird, äh, während der andere die Bomben platziert hat, die Bomben platziert hat, weil, ich weiß nicht, sind denn sonst Droiden durchgegangen? Also, du meinst jetzt im Lego-Spiel, ja, die wären dann durchgekommen und hätten halt wirklich den anderen die ganze Zeit getötet, wenn man nicht verteidigt hätte. Das ist schon notwendig, ja. Das war echt notwendig, dass der andere die ganze Zeit das halt wirklich zurückhält. Das war wirklich essentiell dafür, dass halt wirklich die Clown dort gewinnen. Also, die Droiden klopfen an und die Versteckung nervt sich zum Dienst. Öffnen! Hat der andere gesagt. Verstehe. Von der Clown drauf hin, ihr habt nicht bitte gesagt und hat mit der Minigun angefangen, die ganzen Droiden zu zermetzeln, Alter. Der hat die alle, Junge, eins für eins waren alle weg. Ja. Und genau das war ich nochmal mit den Batschern schon wieder. Es sind halt wirklich, ich hab mir noch nachgezählt, die ziehen sich danach zurück und sagen, ja, hier, wir brauchen hier dringend einen Jedi. Ich hab mal nachgezählt. Das sind ganze 6 B1-Druiden und 3 oder 4 B2-Druiden noch übrig. Mit dem Minigun, eine Attacke, die haben fast die ganze Armee ausgelöscht. Genau das ist das Problem. Das ist halt einfach null Spannung. Die können das easy aber fett halten und gut ist. Es ist schon, die haben das echt schlecht gemacht hier. Da ist halt das Animationsbudget wirklich big. Ich muss dir widersprechen, weil diese Droiden-Landungsschiffe, ne? Dieses Droiden-Landungsschiff, was da gelandet ist, das kann schon mehr Droiden frei lassen, als du gesehen hast. Ja, ich weiß. 112 B1 und 12 B2 kann das tragen. Das war wirklich einfach nur wahrscheinlich, du hast nicht so viele gesehen. Wahrscheinlich kamen noch mehr und die wollten durch die Tiere gehen. Nee, eben nicht. Man hat ja wirklich gezählen, man hätte es fixen können, indem man zum Beispiel die erste Welle enthält diese 24 und die 8 B2-Droiden. Dann im nächsten Cut, wenn man nochmal hinschneidet zu den Droiden, sieht man, okay, die haben sich plötzlich verdoppelt. Dann macht man das nochmal und haben sich wieder verdoppelt, weil die Wellenweise aus dem Schiff rauskommen. Haben die nicht gemacht, die hatten alle Zeit der Welt und stattdessen haben die nur diese paar Droiden gemacht. Aber ja, nach diesem sehr enttäuschenden ersten Battle schneiden wir zurück zu Renator, wo immer noch versucht wird, Rex anzurufen, immer noch ohne Erfolg. Aber die kriegen immer noch das All-Good-Signal und dementsprechend werden die dann nichts versuchen. Dann schneiden wir zu Grievous, wir sehen jetzt quasi alle Fraktionen hin und her, wo berichtet wird, dass einige Klone sich wehren und Grievous dann wiped them out, also vernichtet sie. Sie können keine erbärmlichen Klone zulassen, dass sie den Plan stoppen. Und man merkt dann wieder, Grievous unterschätzt quasi die Klone wieder. Sie geht davon aus, dass es einfach nur ein paar erbärmliche Klonen sind, die man mit Leichtigkeit einfach auslöschen kann und die einfach kein Hindernis für ihn sind. Das schneiden wir jetzt zur Basis, wo die Druiden gerade durchbrechen. Also wirklich die Basis komplett stürmen. Die Basis, die Basis ist fast dann, alle Klonen sind schon rausgeflüchtet, nur Heavy ist noch in der Basis, was auch die Bombe wieder hinzukriegen, weil anscheinend funktioniert die nicht. Also dieser, also die Bombe an sich funktioniert, nur dieser, diese Fernsteuerung, um die Bombe auszulösen, die hat irgendwie ein Problem anscheinend. Ja, Bluetooth haut nicht hin, Connection Fehler. Bluetooth macht gerade Faxen und dann ist da Heavy und der versucht das gerade zu fixen. Während die Druiden da gerade reinstürmt. Naja, also wie gesagt, es ist halt gerade ein Connection Fehler, die Bombe will sich nicht verbinden, dann sagt Heavy halt zu Rex, ja, ich kümmere mich drum, ihr verzieht euch lieber und er bleibt halt zurück, während er versucht, diese Bombe zu reparieren. Er merkt aber sehr schnell, das funktioniert nicht so ganz und deswegen rennt er schnell um die Ecke und versteckt sich und schließt den Vent von den anderen, sodass die anderen quasi entkommen können. Er ist aber immer noch in der Basis drin. Damit die Druiden auch nicht wissen, dass die halt daraus entkommen sind. Genau. Die Druiden sowieso blöd sind. Auf jeden Fall, die Druiden stürmen immer noch diese Basis, während Heavy immer noch da drin ist und der überlegt die ganze Zeit, ja, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt eben, wir müssen die Bombe jetzt zünden, sonst haben wir nie mehr Zugriff drauf, weil dann ist die Basis überrannt für diese ganzen Druiden. Ja, und Klamine würde fallen. Und Klamine würde fallen, genau. Also wir haben auf jeden Fall große Stakes hier, Heavy hatte die Verantwortung auf seinen Schultern. Was machen wir jetzt, ne? Der hat Heavy in einer brenzligen, brenzligen, brenzligen Situation. Jetzt habe ich so zu kämpfen gehabt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, Heavy kann weder kämpfen, er kann noch sonst irgendwas machen, er kann das einzige, was machen kann, ist halt die Bombe, seine einzige Waffe gerade. Aber er wird dann leider erwischt in den Gang und muss halt quasi nochmal die Druiden vernichten mit seinem Minigun, wird dann mehrfach abgeschossen und Rex ist halt draußen und versucht zu protestieren, es funktioniert nicht, Heavy will sich opfern. Heavy, Heavy zieht durch, obwohl er getroffen wurde, er macht weiter, er macht weiter, er macht weiter, er geht weiterhin ganz lang zur Bombe zurück, zu diesem Hauptquartier, wo die Druiden schon da sind, ne? Aber er ballert da durch, ballert die Druiden, die schon im Hauptquartier drin sind, wird dann von hinten weiter erwischt, liegt einfach nur auf dem Boden, man denkt, okay, man hätte auch nur so ein Herzbeben, so ein Herzbeben, wirklich so richtig krass, so ein Herzbeben, man denkt, Heavy, der ist gone, also von den drei Schüssen oder vier Schüssen, die er in den Rücken nur so ist, vier Schüssen, vier Schüssen plus, die er in den Rücken bekommen hat, denken wir uns schon, ja, der ist gone, Wenn dessen Rex und der Rest der Truppe, die versuchen, die wollen schon wieder zurückgehen und wollen ihren Kameraden retten, ihren Kameraden raushelfen und so und helfen, die Druiden nur so, ja, der eine Druide, nehmen wir Gefangene und der wird einfach badass, einfach badass, ich tue es nicht und löst damit den Auslöser und hat die ganze Basis in die Luft gejagt damit und hat damit einfach theoretisch einfach die ganze Republik gereitet, ne, ohne Witz. Die ganze, die ganze Basis ist wirklich ein großes Feuerwerk aufgegangen mit diesen paar Wörtern, mit diesen paar Worten, was ein Soldat. Ja, und Fives meint auch noch, ja, Heavy hat schon immer diesen Ort gehasst. Ja, er hat schon immer diesen Ort gehasst. Ja, hat ihn dann am Ende auch in die Luft gejagt. Aber ja, das All-Good-Signal ist durch Havis Opfer, hat sich aufgelöst und die Republik springt sofort in den Hyperraum, springt direkt vor Grievous' Flotte, Grievous, der Pussy, wie er ist, haut sofort ab, hat keine Chance und die Klone werden von Gunships gefunden und von diesen Planeten oder von diesem Mond gerettet und zur Venator gebracht. Schließlich am Ende der Folge sehen wir dann die Klone, wie sie geehrt werden, wie sie auch Havis Opfer ehren. Mit diesen wunderbaren Worten von Rex, er wäre stolz, Männer wie euch in meiner Einheit zu haben, werden Fives und Echo in die 501. aufgenommen. Und wir werden Fives und Echo noch sehr oft wiedersehen, das sind sehr wichtige Klone für die Clone Wars-Serie, heißt, behaltet die Namen mal im Auge, ich glaube, wir werden sogar noch diese Staffel wiedersehen. Fives und Echo sind halt die besten Männer, leider nicht mal in dieser Staffel, so wie ich befürchte. Ich glaube, in Staffel 2 werden die vermehrt wieder vorkommen, aber ich glaube, in Staffel 1 nicht mehr, leider. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall noch eine Prequel-Folge gibt, das ist glaube ich die erste Folge von Staffel 3, da sehen wir auch Heavy wieder, wenn ich mich richtig erinnere, aber dazu kommen wir dann, wenn wir da sind. Gut, das war die wunderbare Folge, erst mal zur Moral. The best confidence builder is experience oder auch Erfahrung, stärkt das Selbstvertrauen. Was glaubst du, worauf bezieht sich das? Was ist da gemeint mit? Was ist deine Meinung? Worauf sich das bezieht? Ja. Also willst du nichts sagen? Okay. Naja, ich denke halt, das Ganze bezieht sich auf das Konzept der Shinies, weil man wirklich, das ist halt quasi genau das selbe Konzept, einfach nur, dass erfahrungslose Bastarde haben halt kein Selbstvertrauen und sind halt dementsprechend shiny und der Schritt von einem Shiny-Dance zu werden, von einem normalen Klon ist halt dann die Erfahrung und das ist dementsprechend dann auch sehr selbstvertrautend oder confident building und im Fall von Echo und Fives ist das Ganze hier, diese gesamte Mission ist halt quasi das bestimmt deren gesamten weiteren Verlauf in den Klonen kriegen. Also vorher sind das irgendwelche Shinies ohne Zukunft oder irgendwas auf irgendeinem random Außenposten und durch diese Erfahrung, die sie gemacht haben, sind das jetzt quasi Soldaten der 501. Sehr wichtige Klone für die Clone Wars und sind halt auch sehr kompetent und sehr confident und sehr selbstvertrauend. Ja, das stimmt auf jeden Fall zu. Das, das beschreibt wirklich diesen Zitat Erfahrung bestellt das Selbstvertrauen. Selbst diese kleinen Shinies, also diese in der Hierarchie von der Republik, diese kleinen wertlosen Schein. In der Hierarchie der Republik, die Shinies, das sind halt wirklich sehr untergeordnete, die können wirklich groß aufsteigen, das sehen wir auch halt später, dass sie halt wirklich krass werden. Das halt wirklich, wie Rex auch meinte, genau die Leute möchte ich auch in meinen Troops sehen. Und dann finde ich wirklich, dass halt dieser Zitat wirklich gut drauf passt. Erfahrung steckt das Selbstbewusstsein. Ja, die steigen halt quasi von Kanonenfutter auf zu benannten Klonen, die wirklich einen Sinn haben im Krieg. Vorher waren das einfach nur die Background-Charaktere, die einfach in den ganzen Kanonenschiffen weggeballert werden und jetzt sind es halt wirklich Klone, die halt wirklich Sinn haben und wichtig sind. Genau, du fütterst mir in die Wörter. Danke. Genau, was ich sagen wollte. Ich danke dir. Ja, kein Ding. Aber wie beziehst du das Zitat auf dein eigenes Leben? Hast du da irgendwelche tiefere Bedeutungen mit, irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest? Erfahrung steckt das Selbstvertrauen. Ich denke, das ist ein Zitat von Star Wars, worauf wirklich jeder Bezug drauf nehmen kann. Wo wirklich er entweder sich trainieren kann, was er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, beziehungsweise man merkt, man hat was falsch gemacht, das ist eine Erfahrung, macht das dann anders und das steckt das Selbstvertrauen. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu mit deinen Erfahrungen, aber ich möchte da jetzt kurz ein konkretes Beispiel nennen, was sich halt vielleicht nicht jeder darauf beziehen kann, aber halt an sich, jeder hat so eine bestimmte Sache, wo man eigentlich richtig scheiße drin war und die sich dann halt einfach mit der Erfahrung immer besser baut. Zum Beispiel bei mir ist es, ich mache jetzt seit zehn Jahren, ein bisschen mehr vielleicht, mache ich schon Videos, arbeite in Videos, mache Video-Editing, sowas halt. und wenn man sich mal meine ursprüngliche Arbeit anguckt, merkt man wirklich, ich war extrem Kotze. Es war wirklich extrem schlecht geschnitten, war extrem schlecht bearbeitet, die Qualität war extrem schlecht, war alles furchtbar. Und ich würde sagen, dass ich heute einfach durch diese zehn Jahre Erfahrung inzwischen wirklich genug Erfahrung gesammelt habe, um zu sagen zu können, meine Videos, die ich mache, die sind schon ziemlich gut, die kann man, haben einen gewissen Wert, genauso mit dem Podcast hier, ich mache das schon ziemlich gut, habe ein entsprechendes Selbstvertrauen in mich selbst, über die Sache, einfach nur durch diese lange Erfahrung, wo ich das Ganze gelernt habe. So, als konkretes Beispiel. Kann sich aber jeder auf etwas anderes beziehen, zum Beispiel dasselbe mit Kunst, wenn man halt als Kind irgendwas zeichnet und dann wird es halt später immer besser. Ja, man kann quasi, um das hier immer diese Passage abzuschließen, man kann wirklich sagen, wie Rex das auch sagte, meiner Meinung nach geht Erfahrung über alles. Ja. Gut, wie fandst du die Folge? Trotz unseren Helden, die ich überaus mäßig groß feier, fand ich eine 4,5. 4,5, wirklich? Ja, das wird immer schlechter. Das wird bei dir wirklich immer schlechter, ja. Du kennst mich, ich bin mehr so emotional geprägt von den Sachen, von den Filmen. Und Heavy hat dich nicht emotional geschlagen, Heavy ist auch verpferdung? Nein, Heavy ist auch verpferdung, hat mich ja überhaupt für 4,5 hochgestimmt, ne? War es vorher noch niedriger? Ja. Was ist denn los bei dir? Wie sonst immer habe ich nie wirklich spezielle Negativpunkte, nur halt, das ist halt wirklich aus den Gefühlen raus. Ich bin mit Clone Wars aufgewachsen, ne? Und ich habe es irgendwie gehasst. Die Folge. Du hast es gehasst, mit Clone Wars aufzuwachsen? Nein, das ist eine der Folgen, die ich nicht so wirklich gemocht habe. Ja, interessant, also ich habe ein bisschen Sorge, wie es bei den späteren Druiden und Jar Jar Binks Folgen aussehen wird, wenn unsere Meinung immer so zusammengegeben wird. Du kannst dir vorstellen, wie meine Jar Jar Binks Folgen ausgehen werden. Ja, ich habe ein bisschen Sorge. Aber in dem Markt zu sehen, das ist so meine Sorge gerade, dass du sagst, ja, 10 von 10, Jar Jar Binks, das ist das beste Charakter. Jar Jar Binks ist wahrscheinlich erst mal 1 oder 2 oder so. Aber ja, also ich würde sagen, bisher ist das ja die beste Folge, die wir bisher behandelt haben. Ich würde dir eine 9 von 10 geben. Was? Ja, ich hätte eigentlich mehr gegeben, aber es gibt schon zu viele Kritikpunkte von mir. Ich meine, einerseits, wir sehen zum ersten Mal die wirkliche Charakterisierung der Klone, die halt wirklich dann vorhanden ist. Das ist quasi ein Pionier von dem Ganzen. Wir haben eine gute Action, wir haben eine gute Story, wir haben gute Stakes. Es ist quasi die gesamte Republik ist auf der Stakes hier gerade. Wir haben ein gutes Zeit-Element, wir haben ein richtig gutes Design von Planeten, von der Musik, von der Base, von den Kreaturen, den Droiden und so weiter. Der einzige Grund, warum es für mich keine 10 von 10 ist, ist erstens, dieser große Worm, über den wir redet haben, das ist halt einfach One-Shot und fertig. Das finde ich halt absolute Sünde. Dann das Animations-Budget mit den wenigen Droiden, die daraus stürmen, ist auch, schlecht, ja, das Budget ist dann vermutlich einfach leer gewesen, aber come on, das wird man besser machen können. Dann das mit den Sturmtruppel-Aim, das halt öfter mal Plot-Armor hatten, fand ich auch extrem dumm. Und dass die halt jetzt ein neues Wort einbringen, Shiny, und dann stattdessen trotzdem den Rookie benutzen, das fand ich auch richtig dumm. Sonst ist es für mich wirklich eine richtig gute Folge. Ja gut, ist ja auch egal, sie haben ja vermutlich einfach jede Folge unterschiedliche Meinung, ich glaube wir hatten bisher nur einmal dieselbe Meinung, das war beim dritten Malevolence-Folge. Ich glaube, wir hatten noch nie die selbe Meinung. Doch, doch, ja, dritte Selbe. das stimmt. Also ich bin mal gespannt, wie es in der Zukunft aussieht, wir werden jetzt gerade hier, nach dieser Folge kommt der Goldie-Arc, den hasse ich absolut und Norm mag den, deswegen wird auch wieder sehr interessant, sehr meinungsentschiedlich. Das wird sehr interessant. Ich werde dann meine Gründe auszählen, warum ich diese Folge hasse, die nächsten zwei Folgen, aber ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ja, folgt unseren Socials, wir haben auch jetzt ein Instagram für Dick Steiner, wir haben ein TikTok für Dick Steiner, lasst uns gerne Feedback dort da, bewältet gerne den Podcast, das hilft uns wirklich sehr und teilt den mit euren Freunden, Feinden, was auch immer. Teilen, liken, revieven, Sternchen geben, ist okay noch, ist okay. Runterladen, ist okay noch, psch 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 psch. Für den Trojane. Ich linke alle Socials in der Beschreibung von der Folge, wenn ihr jetzt auf YouTube guckt, dann ich linke auch gerne in Spotify, wenn ihr euch lieber auf Spotify hören möchtet. Wir sind generell eigentlich überall, also es gibt nicht für jeden eine Plattform, wo man uns finden kann. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge und mach's gut. Bye! Ciao! Bis zum nächsten Mal.